Boah, was ist das denn jetzt hier, ey? Das ist doch zum Reiern, ey. Ey, ich sag's euch, heute ist der Wurm drin. Wir hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Wir sprechen über die Serie, nach der niemand gefragt hat. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Jedi-Nerds, dem Krieg der Sterne-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Ja, im Chat steht es schon genau richtig. Wir haben schon lange nicht mehr gestreamt. Und dann verlernt man doch so einiges. Es war wirklich so, ich war hier echt bei allem abgemeldet. Es war wirklich zum Reiern her. Und dann immer dieser doppelte Authentifizierungsgedöns-Blah. Und dann war hier jetzt gerade noch bei meinem Stream-Deck noch das falsche Profil eingestellt. Und dann hat die Kamera im OBS aktiviert. Und dann geht die nicht mehr in den Jitsi online. Und der Michael war abknacksen. Aber das lag dann am Ende doch irgendwie an einem Prozess, der hier lag und so weiter und so weiter und so weiter. Herzlich willkommen Montag kurz vor neun zu den Jedi-Nerds. Mein Name ist Chris und bin mir dabei zu meiner Rechten. Nein, das ist Michael. Hallihallo. Ich fühle mich so, als hätte ich irgendwie seit zwei Monaten nichts gesagt. Hallihallo. Ja, ich sage ja, Gerüchte über unser Ableben sind hemmungslos übertrieben gewesen. Wir sind noch da. Wir sind wieder da. Wir waren eine ganze Zeit weg. Es war ein bisschen eine unfreiwillige Auszeit. Ich habe es vor dem letzten Track-Nerds, einen kleinen Einspieler, vorher gemacht. Aber es hören ja nicht alle Podcasts. Also machen wir es hier dann auch nochmal. Wir werden das wahrscheinlich in der regulären Folge, ich weiß nicht, was ist die nächste, die wir machen, Uncharted und ein bisschen Moonfall oder so. Mal gucken. Und da werde ich es auch nochmal sagen, mich hat es schlicht und ergreifend mal einfach mal drei Wochen lang mal so richtig platt gelegt. Viele Sachen, Corona war dabei, Stress war dabei, viel gearbeitet war dabei, jede Menge Podcasts, was wir im Dezember rausgehauen haben, das war schon heftig. Das musste dann auch für zwei Monate reichen. Ja, genau, das musste dann auch für zwei Monate reichen. Und das hat mich dann doch wirklich ziemlich ausgenockt. Und da war ich auch jetzt mal eine Woche im Krankenhaus gelegen und habe mich mal wieder erholt. Das Gute an der Sache ist, ich habe sieben Kilo abgenommen. Sieht man, wenn ich sagen darf. Ja, ich weiß. Ohne ganz Bescheid, also ich bin ganz bescheiden und sage trotzdem, oder ich bin überhaupt nicht bescheiden und sage, ja, das sieht man. Hast du mir die sieben Kilo gegeben? Und jetzt bin ich auch so zum Fanatiker geworden, was die magische Grenze von 100 Kilo mit Klamotten angeht. Ja, das ist jetzt so, das ist jetzt, bin ich jetzt unfreiwillig los geworden. Ich beschwere mich nicht drüber und dann soll das auch bitte so bleiben. Das hat allerdings so ein bisschen zur Folge, dass wir etwas, wie soll ich sagen, dass wir ein bisschen weniger Output, naja, wir haben eigentlich nicht wenig, wir werden wahrscheinlich ein bisschen weniger streamen. Und das gleich mal, ich meine, das betrifft jetzt nicht den Jedi-Nerds-Stream, weil da, oder die Jedi-Nerds-Podcast, weil da war das sowieso nie der Fall. Aber wir werden für die Track-Nerds bis auf weiteres erstmal keine Recaps mehr machen, weil das kriege ich schlicht und ergreifend zeitlich einfach nicht mehr gewuppt. Und ich sitze inzwischen an so einem Recap locker zwei Stunden pro Folge. Nur allein das Schreiben und nicht den ganzen Kram noch vorher gucken, um es nochmal, ich muss die Folge ja zweimal schauen. Und dann sind das immer zwei Folgen und jetzt sind es eigentlich sogar drei Folgen. Und ja, pflichtenergreifend, ich mache es erstmal nicht mehr. Ich kriege es zeitlich einfach nicht mehr hin. Das ist hier ein Hobbyprojekt, wir werden hier nicht für bezahlt, auch wenn wir natürlich ein professionelles Auftreten haben. Und immer wieder Leute glauben, dass wir das hauptberuflich machen. Nee, ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, schön wär's. Also wer uns dafür bezahlen möchte, ihr seht hier unsere ganzen Kontaktdaten. Die 015259647709, könnt ihr uns kontaktieren bitte, ne? Ja, das ist übrigens ein gutes Stichwort. Ich hole mal eben was. Denn du erinnerst dich doch noch an unsere Enterprise-Playmobil-Aktion auf der Fetcon, ne? Natürlich. Und die liebe Anja und ihr Mann, die das Modell damals ersteigert haben, die haben uns letztlich etwas geschickt, wie der Stream ist weg. Warum ist denn der Stream weg? Ey, heute ist wirklich der Wurm drin. Ich seh's noch bei mir. Bei mir ist ja auch alles da, Limec. Also sorry, wenn dein Stream weg ist, dann ist er bei dir weg. Hier ist alles tutti. Und verwirr uns nicht so. Ja, schrei, Stream ist weg, wenn er wirklich weg ist. Und nicht nur, weil du drei Sekunden lang keine Internetverbindung hast in deinem Loch, wo immer du wohnst, bestimmt in der Eifel. Nee, wo war ich? Die Anja. Genau, die Anja und ihr Mann. Die haben uns nämlich was geschickt. Warte mal. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ah, oh. Da haben wir hier ein echtes, jetzt kann man gucken, ich glaube, Andreas Schüler oder Schüler oder so heißt der Künstler. Ihr kennt den, wenn ihr mal Star Wars und Kermit googelt, dann kennt ihr seine Bilder. Und das ist also ein Original. Und ich überlege schon die ganze Zeit, was wir damit machen sollen. Ich würde das wieder gerne irgendwie für einen guten Zweck oder sowas mal versteigern oder wieder Unterschriften drauf sammeln. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, was ihr da wollt. Also jetzt schreibt ihr, dass der Stream mies ist. Keine Ahnung, kann ich nicht nachvollziehen. Alle meine Übertragungsqualitäten sagen Attacke-Kamelle. Bitrate 6 Mbit bei Twitch und bei YouTube sind es auch 4 Mbit. Wie immer. Also, keine Ahnung, kann ich euch nichts zu sagen, warum das jetzt bei euch gerade irgendwie hakt. Hier gibt es keine Ahnung. Wir wurden runtergestuft, weil wir nicht mehr so lange da waren. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Und dann haben die mir einen kleinen Wunsch noch erfüllt, die Anne und der Mann, der mich. Die hatten noch eine DVD von Robin Hood, König der Diebe mit der alten Synchron. Und die habe ich jetzt. Also an der Stelle nochmal vielen Dank. Und wir werden auf jeden Fall was Gutes anfangen mit dem Bild. Wahrscheinlich irgendwie zu einer. Anja, du bist ja im Chat. Ach, das ist ja toll. Ja, das ist ja super. Hallo Anja, schön, dass du im Chat bist. Wir werden was Sinnvolles mit diesem Bild anfangen. Ihr könnt ja mal in den Chat schreiben, was euch da so einfällt. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie mir eine gute Überleitung einfällt. Aber Michael, wie es mir die eingefallen ist, kannst du dir mal sagen, wo man noch mehr von uns hören muss, nach diesem extremst holprigen Auftakt heute. Ja, der zumindest die letzten zwei Monate nach uns gesuchtet hat, konnte vielleicht in den Archiven und zwar auf nerdizismus.de sich wieder durchziehen. Alles, was wir bisher gemacht haben, so in den letzten sieben, acht Jahren. Denn da findet ihr alles. Wie gesagt, unsere Beiträge, unser Audiozeug, unser Videozeug und so weiter und so fort. Und da könnt ihr uns vor allen Dingen auch immer wieder gerne schreiben. Selbst wenn wir gerade mal nichts machen, schreibt uns, kontaktiert uns über die Info at nerdizismus.de. Ich kann es noch, ja. Und die WhatsApp-Nummer 015259647709. Ich habe schon wieder gesagt, neben meiner eigenen Nummer ist sie eine der wenigen Handynummern, die ich so kenne. Schreibt uns gerne WhatsApp, gebt uns Sprachnachrichten rüber. Wir freuen uns über jeden Gruß, auch wenn wir vielleicht mal eine Zeit lang nicht da sind. Und nicht zuletzt kann man weiterhin auf Discord diskutieren, nämlich unter nerdizismus.de slash Discord. Exakt. Und es wird ja auch bei den Jedi-Nerds nicht langweilig werden, denn da wurde ja eine Menge angekündigt. Da können wir vielleicht mal ganz kurz drüber sprechen. Also, wir haben ein Startdatum für die Obi-Wan-Serie im Mai. Jo. Ich glaube, 22. Mai oder sowas. Okay. War es nicht früher? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Lassen wir mal Mai. Was haben wir noch? Wir haben die Endor-Serie, die sogar jetzt schon eine zweite Staffel verlängert wurde, bevor sie überhaupt angefangen hat. Das heißt, wir haben dann noch eine Staffel Mando, die kommen wird. Und ich glaube, beim Boba Fett wollen sie auch weitermachen. Also, es ist alles, ja, da kommt eine ganze Menge. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich glaube, das war es erst mal. Das war es soweit. Im Chat wird schon geschrieben, noch mehr Wüste und Sand. Ja, es ist in der Tat so, dass man irgendwie eine Obsession mit Tatooine hat. Ich sage mal so, ich hoffe nicht, dass es bei Endor so weiter ist. Mein Problem mit Endor ist ein anderes. Mein Problem mit Cache und Endor ist, dass einfach der Charakter eine Plot-Armor hat, weil er ja nicht sterben kann. Weil ihm ja nichts passieren kann, weil er ja für Rogue One noch gebraucht wird. Naja, am Ende gibt es immer noch den Bagdad-Tank, ne? Ja, der hat hier bei The Book of Boba Fett auch eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Freust du dich denn trotzdem so auf diese ganzen Star-Wars-Serien, die kommen? Osaka Tano wird ja auch noch kommen, aber ich glaube, die dauert noch ein bisschen. Die ist noch ein bisschen hintan. Ja, geteilt. Also nach Boba bin ich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen. Sagen wir mal so, Obi-Wan könnte interessant werden, weil es einfach eher so die Main-Characters sind, die man so kennt. Das ist ein schöner Abstecher dahin. Der Rest, sagen wir mal so, mich reizt gerade eher Mando dritte Staffel und vielleicht irgendwelche neuen Sachen, die kommen. Ich möchte halt Neues sehen und ich möchte nicht in der alten Kiste wieder rumwühlen, um da neue Geschichten rauszuholen. Und Star Wars kann sich auch ruhig, dafür hat man doch das TV- und Streaming-Format, ein bisschen in dem Experimentierkasten rumspielen und ein bisschen die Reagenzgläser zusammenkippen. Da würde ich mich drüber freuen, weil sie haben es ja gezeigt, dass es können und dass die Leute es durchaus schauen. Und da brauchen sie nicht die alten Kamellen die ganze Zeit rausholen. Ja, aber es läuft ja jetzt, dann sind wir ja schon fast mitten bei The Book of Boba, es riecht ja so nach Star Wars Endgame. Als würde man jetzt hier so alles Mögliche zusammenbringen. Ja, die wollen ja die Defenders machen. Also wie hieß das nochmal? Die Defenders of the Republic? Ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, lass uns über die Serie. Ach nee, die Serie wurde gecancelt, ne? Die haben sie ja doch nicht. Ja, diese, diese, nee, nicht die High Republic, die, ja, irgendwie Defenders oder wie da. Nee, die hieß, äh, keine Ahnung. War das die Rogue Squadron-Serie, glaube ich? Ja, da hatten sie irgendwelche kreativen Differenzen, glaube ich, dazwischen. Ach, okay. Egal. Lass uns über die Serie reden, die keiner haben wollte und die wir trotzdem bekommen haben. Und es hat einen Grund, warum die Serie nach der Serie keiner gefragt hat. Ja. Weil man, glaube ich, einfach alle Geschichten, die man mit Boba Fett hätte erzählen können, im Mandalorian einfach schon erzählt hat. Und, äh, und, und dann hat man aus irgendeinem Grund eine Serie geschaffen, die partiell wirklich gar nicht so schlecht war und partiell wirklich ein extremst kopfschüttelnd zurückgelassen hat. Ich meine, ich habe das jede Woche geguckt und ich habe es auch gerne geguckt und es war auch jetzt nicht, es war kein Star Trek Discovery, wo man permanent mit dem Kopf auf die Tischplatte fällt. Aber es waren trotzdem einige Sachen drin, wo man echt so sagen muss, okay, da sind wir ein bisschen anderes Niveau gewohnt von Filoni und Favreau und irgendwas muss da im Hintergrund passiert sein, dass man im laufenden Prozess irgendwie die Reißleine gezogen hat. Dann hast du jemals eine Serie so erlebt, bei der die besten Folgen die sind, wo der Hauptcharakter gar nicht dabei ist? Es war wirklich sehr, sehr kurios. Ich meine, man hat das ja von Anfang an so ein bisschen gesehen, dass die scheinbar keinen Plan hatten. Vielleicht hatten sie einen Plan. Es kam jedenfalls nicht so rüber, als ob sie keinen Plan hatten, was die mit Boba machen wollten. Es war so, die Fans haben richtig geil reagiert auf das Cameo und wahrscheinlich auch irgendwelche Disney-Executives, die dahinter standen, haben gesagt, boah, geil, können wir doch eine Serie draus machen. Aber sich erst mal zu fragen, was soll die Serie eigentlich bewirken? Was ist die Moral von der Geschichte? Was ist die Moral hinter unserem Helden, der ja eigentlich nie wirklich ein Held so richtig war? Während wir doch schon im Prinzip, wie du es gerade schon gesagt hast, das meiste schon in einer eigenen Serie verbaut haben. Ich meine, alle am Anfang haben ja gedacht, als Mandalorian angekündigt wurde, dass das ja irgendwas mit Boba zu tun hatte. War ja am Ende nicht, Boba. Aber trotzdem, es ist schon sehr kurios. Es ist so ein bisschen, als hätten sie ein Executive ans Steuer gesetzt und irgendwann mittendrin haben sie gesagt, nee, funktioniert nicht. Wir machen Mandalorian 2.5 draus. Ja, genau. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe das wirklich noch nie erlebt, dass so eine Serie im Prinzip angekündigt wird. Und dann hat man sogar noch eine Post-Credit-Scene bei der zweiten, zweite Mandalorian-Staffel war es, ne? Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon damals nicht so gehypt, weil ich mir dachte so, ah, warum? Ja? Die Figur des Boba Fett lebt ja von ihrem, eben, dass ich nichts weiß. Ja? Schon das mit dem Kind war schon in den Prequels. Ah, okay, ja. Dann kam es nochmal in Clone Wars ein bisschen vor. Und dann hätte es ja auch nochmal ein paar ungesendete Folgen von Clone Wars gegeben, wo er dann auch nochmal ein bisschen was gewesen wäre. Können wir später noch vielleicht drüber sprechen. Aber das ist halt so die Show No One Asking For. Und der hat ja, ich meine, Boba Fett ist ja ein Charakter, der kam zum ersten Mal im Star-Wars-Holiday-Special vor, in einem Animationsteil. Sogar noch früher. Noch früher? Echt? Noch früher. Bei so einer Parade gab es ja so einen Versatz. Stimmt, da hat man, genau, da hat man die komplett weiße Version noch gehabt. Das war nämlich die Prototype-Version. Der war nämlich ursprünglich komplett weiß gewesen. Da kann man mal auf YouTube einfach Boba Fett Prototype suchen. Dann findet man da die Videos und die ersten Screen-Tests dazu. Und dann kam der also im Holiday-Special vor. Dann hat man den auch eigentlich ehrlich gesagt wieder vergessen, bevor er dann in Empire Strikes Back 1,30 Uhr, zwei Minuten im Bild ist. Und dann bei Return of the Jedi auch nochmal vielleicht für drei oder vier Minuten im Bild ist und einen doch eher lausigen Abgang bekam. So, der hat mich als Kind schon ein bisschen gestört, weil natürlich so dieses Mysterium, dass diesen Charakter so ein bisschen ausgezeichnet hat, weil er so wortkarg ist und so weiter. Das war natürlich schon ganz cool. Und auch die Action-Figur von Kenner von Boba Fett war schon, und das war ja und ist ja auch eine coole Rüstung. So muss man einfach einfach sagen. Damit war das Thema aber durch. So, und plötzlich kommen die Prequels daher und sagen dann, ja, da ist jetzt dann der Klon, der, naja, der Sohn-Klon vom Django Fett. Da hatte ich bei den Prequels schon mein Problem mit diesem Django, ja. Wie ich so grundsätzlich mein Problem habe, wenn Star Wars einfach zu offensichtlich, also natürlich sind einzelne Plot-Arcs bei Star Wars immer geklaut, ja, und immer nachempfunden. Aber wenn es halt zu offensichtlich, zum Beispiel die Diner-Szene in Episode 2 war das, glaube ich, wo das halt so ein ganz offensichtlicher American Diner ist, so inklusive der Einrichtung. Ah, nee. Da habe ich echt ein Problem mit. Das war leider jetzt beim Mando ein bisschen und bei Boba Fett halt extrem. Aber wo du eben drüber geredet hast, also ich meine, warum ist denn Boba Fett am Ende so groß geworden? Wir hatten die Original-Trilogie und irgendwie konnten die Fans ja dann am Ende nicht genug davon bekommen. Es gab ja in der Zwischenzeit, bis die Prequels rausgekommen sind. Was gab's? Es gab tausende an Büchern und dieses Expanded Universe, was rausgekommen ist, wo er ja auch schon besprochen wurde. Und dadurch hat sich ein Hype aufgebaut rund um diesen Charakter. Und der war so beliebt, dass Lukas ihn ja auch nachträglich in die Special Editions mehr reingepackt hat. Ja. Da hat er ja noch mehr Szenen bekommen in den viel geliebten Special Editions. Und dann hat er in den Prequels auch noch die Vorgeschichte von Boba erzählt. Weil einfach... Und ich meine, wie ist der Spruch von Batman? Es ist nicht der Held, den ihr wollt, sondern den ihr braucht, so ungefähr. Und das hat George Lukas wohl so interpretiert. Ihr kriegt, was ihr wollt und nicht, was ihr braucht. Ja, keine Ahnung. Das sind ja einige Dinge, die jetzt irgendwie so nachträglich noch reingeschustert werden müssen, damit es irgendwie, was nicht passt, wird passend gemacht. Das ist ja so... Das ist ja überall jetzt das Motto. Also da ist ja Star Wars jetzt, weiß Gott, keine Ausnahme. Also das ist... Ja. Naja, jetzt haben wir also diesen Charakter, der halt irgendwie so ein unrühmliches Ende hatte. Ich hab schon beim ersten Cameo drüber gesprochen, dass es dann ein Comic gab von Marvel, glaube ich, oder Dark Horse Comics, weiß ich gerade nicht genau, wo er dann vom Sarlacc ausgespuckt wird. Ja. Oder sein Jetpack zündet, eins von beiden, weiß ich gerade nicht mehr ganz genau. Am Ende des Comics, nach einem Kampf mit Han Solo auf einem Sandcrawler, aber dann inklusive Sandcrawler, wieder in den Sarlacc reinfällt. Und dann ist eigentlich normalerweise die Story von Boba Fett zu Ende. So, bis dann die Prequels anfangen und dann der kleine Bub auf einmal da war. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben natürlich jetzt im Prinzip so eine Mando-Show, ja. Das ist auch ganz toll irgendwie, aber dann hätte man dem Kind einfach einen anderen Namen geben müssen. Ja, ich hab die Tage einen wunderbaren Artikel gelesen, der sich dann nochmal mit der Staffel von Boba beschäftigt hat und so ein bisschen die Perspektive gewechselt hat, wo die Serie wohl besser funktionieren würde. Sie hat für mich dadurch nicht besser funktioniert, aber nichtsdestotrotz hat dieser Artikel geschrieben, man müsste Boba Fett eigentlich nicht als Held seiner eigenen Serie sehen, sondern als Bösewicht seiner eigenen Serie. Dann wird das viel besser funktionieren. Weil er kommt da auf Tatooine in diesen Ort rein, wo ihn keiner kennt, wo ihn eigentlich auch keiner haben will und versucht, Halsbringer zu sein. Und was macht der? Zerstört dadurch, durch seine Konflikte eigentlich die halbe Stadt, was da angeht. Also alles, was da passiert ist, ist mehr oder weniger seine Schuld, weil er hatte ja noch nicht mal irgendeine Motivation, um jetzt am Ende der Boss zu sein. Ja, die Motivation war, ich möchte mich in meinem Leben abends zurücksetzen und für irgendwen irgendwas machen, weil meine Ersatzfamilie getötet wurde. Aber ihn hat ja keiner gefragt, ob es, es war ja nicht die Notwendigkeit dafür, dass der Nachfolger oder der, 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 ähm, Dings, äh, 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 der, äh, äh, Daimon oder sowas, der, der, äh, äh, ja, ja, der, 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 der dann, der Daimon da war, äh, dass der irgendeinen schlechten Job gemacht hätte. Es war ja in dem Fall überhaupt gar nicht. Sagen wir nur, Boba, ich hatte Bock drauf. Und das ist es so. Und völlig naiv, gehen wir bestimmt gleich noch mal drauf ein, mit zwei Personen ein Unterweltsyndikat übernehmen und erst mal alle beschützen wollen, wo sich doch jeder Normalo denkt, Moment, du und welche Armee bitte? Genau, du und welche Armee. Die Motivation war einfach für mich überhaupt nicht nachvollziehbar. Also, dass er sich danach zur Ruhe setzen will, nach dem Erlebnis, okay, von mir aus so be it. Aber dann, ja, die Frage ist halt, war jetzt Credits kein Thema, weil er jetzt da der Daimon war? Oder waren Credits kein Thema, weil er vorher als Bounty Hunter so viel verdient hat? Ganz ehrlich, ich schätze mal eher vorher. Und wenn er, also, ich habe seine Motivation schlicht in der Greifung, weil dann war er auf einmal, ah, ich muss ja die Leute beschützen. Und so weiter. Das war für mich einfach alles sehr dünn. Das war, also, die Motivation hat für mich nicht gepasst. Das Timing hat für mich nicht gepasst. Die Erzählstruktur mit diesen Flashbacks, ich hasse ja Flashbacks sowieso. Ich bin überhaupt kein Freund von Erzählweisen mit Flashbacks. Ich finde, das Einzige, wo es halbwegs funktioniert hat, war ein bisschen bei Lost, weil es da im Grunde genommen so immer dem Zuschauer auch ein bisschen mehr erzählt hat. Aber hier hast du ja von vornherein, also, im Grunde genommen war das der Klassiker, ja, hier, der mit dem Wolf tanzt, ja. Dann kommt er dann zum Indianerstamm und dann wird er dann da aufgenommen. Oder hier Avatar, ja. Und am Ende ist der Indianerstamm danach, das darf ich ja nicht mehr sagen, Native Americans, ja. Oder Ureinwohner, Stamm ist dann platt, ne. So, das war halt auch so null innovativ. Dazu auch so Sachen wie, warum greifen die jetzt diesen blöden Zug da an? Also, ich meine, warum überhaupt dieser Zug? Also, ich meine, man kann Raumschiff einfach rumfliegen. Warum überhaupt der blöde Zug? Wie viel ist dieses Beiß wert? Was habe ich davon, etc.? Es waren alles so unausgegorene Ideen, wie so ein Teller bunte Knete. Auf jeder Knete stand irgendwie ein anderer Star Wars-Charakter drauf und dann hat man die dann so reingewurschtelt. Und dann muss, das hattest du gerade eben schon gesagt, nach der vierten Folge irgendeiner gesagt haben, so machen wir nicht weiter. Aber du kannst doch nicht eine laufende Produktion auch, das war ja viel zu aufwendig, die Folgen 4, 5 und 6, wo dann plötzlich der Mandalorianer, der Mandalorian, den Jaren, die Hauptperson. Das ist ja viel zu aufwendig gewesen. Das kannst du doch nicht immer spontan sagen, an die, wir machen jetzt alles anders. Das muss also vorher auf dem Schirm gewesen sein. Und dann frage ich mich, wenn ich das noch kurz sagen darf, und dann frage ich mich, warum schneide ich das nicht komplett anders? Ich glaube, das hätte komplett anders gewirkt, wenn du A, es nicht als The Book of Boba Fett verkauft hättest, sondern einfach als dritte Staffel Mando. So, ja. Und du hättest praktisch die Grogu-Luke-Mando-Geschichte plus Darksaber immer so als B-Story zu dem, oder dem Boba als B-Story, ist ja egal, so parallel, ab Folge 1, mehr oder weniger einfach durchgeschnitten. Ja? Ja, sagen wir mal so, diese ganze Struktur, du hast es gerade schon gesagt. Ich bin eigentlich ein Fan von Flashbacks, wenn Flashbacks gut gemacht worden sind. Weil wenn Flashbacks gut gemacht werden, dann funktioniert das, dass die das Komplementärprogramm zu dem sind, was in der Gegenwart passiert. Also, du hast irgendeine Story, die sich vorantreibt, und währenddessen kommt ein Flashback, wo der Charakter was gelernt hat, was ihm dann in der Gegenwart hilft. So ungefähr. Die ergänzen sich, die beiden Stücke, in irgendeiner Art und Weise. Deshalb hat Lost für mich größtenteils funktioniert. Ich bin immer noch ein Riesenfan von Lost. Und deshalb funktionieren auch andere Sachen, die einigermaßen mit Flashbacks zu tun haben. Aber das war hier ja gar nicht. Es waren ja zwei völlig unterschiedliche Storys. Also, diese Flashback-Struktur hat ja noch nicht mehr ansatzweise Sinn gemacht. Weil einerseits hatten wir zehn Minuten vielleicht in der Gegenwart und dann 50 Minuten in der Flashback-Geschichte. Und dann haben wir mal wieder Hälfte, Hälfte. Und die hatten wirklich nichts miteinander zu tun, außer, dass er wieder in seinem Backtag-Tank war und sich daran erinnert hat. Und man dann noch ein paar Episode-2-Flashbacks mit reingepackt hat. Nun gut, dann hätte man doch drangehen können, vielleicht haben wir es am Ende gemerkt und das aber, keine Ahnung, hätte man sagen können, machen wir das Ganze chronologisch. Machen wir wirklich von Anfang an. Erst kommt das, damit man erfährt, was wirklich passiert ist. Vielleicht ist er die ganze Zeit nur im Backtag-Tank. Und dann springt man irgendwann zur Gegenwart. Weil wenn die sich nicht ergänzen und die sich nicht zusammen, wenn die Einzelstücke das Ganze nicht stärker machen, dann kann man doch auch gleich in den Einzelstücken bleiben. Ja, absolut. Und was war, es war ja auch, das hat sich auch nicht, ja, wie sagte Schorsch immer, everything rhymes. Das hat sich halt auch nur so bedingt gereimt. Das war extremst vorhersehbar. Du hast halt ganz oft gefragt, so okay, what's the point? Warum, wieso, weshalb? Ich habe auch ganz ehrlich wirklich nichts gegen Timura Morrison, ja. Aber das habe ich auch bei dem ein oder anderen Schauspieler, bei einer anderen Sci-Fi-Serie, deren Namen wir jetzt gerade nicht nennen wollen. Ich finde, es gehört zum Beruf des Schauspielers dazu, dass man sich auch auf eine Rolle vorbereitet. Und ich finde, meine ganz persönliche Meinung, der ist zu dick. Diese Wampe hat mich einfach immer gestört, permanent. Da ist die Rüstung halt auch extremst unglücklich für, weil die halt so unter der Brust aufhört und dann kommt halt so ein bisschen die Plauze raus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da erwarte ich von einem Schauspieler, der dafür gut Geld kriegt, dass er halt auch sich mal in Shape bringt, wenn er einen Badass-Bounty-Hunter darstellen soll. Das ist er ja nicht der Einzige mit. Ich meine, der William Shatner hat auch irgendwann aufgehört, sich in Form zu bringen, ja. Ja, er ist ja jetzt auch nicht mehr der Juste. Aber das ist immer noch was anderes, ob ich ein Sternflottenkapitän bin, der einfach nur auf der Brücke hockt, oder ob ich halt eben ein knallharter Kämpfer sein will. Und dazu kommt ja noch, er kam ja schon moppelig aus dem Salag raus. Es ist halt nur mal seine Statur, alles gut. Und wenn er in Aquaman, den Ehemann von, nicht Mera, von Nicole Kidman da spielt, alles in Ordnung, ja, dann kann er das ja auch gerne machen. Aber wenn ich so eine Rolle habe, das hat mich schon beim Mando gestört in der zweiten, aber da startet es auch, okay, gut, das ist jetzt nur so ein kleines Cameo. Und dann, aber jetzt, das hat mich wirklich einfach, ja, gestört. Ich finde auch die neue Rüstung nicht gut. Mir gefällt das mit diesen Umhängen da nicht irgendwie. Ich hätte ihm gerne seine alte wieder angezogen. Aber das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Und ja, das kann jetzt wieder einer schreiben, das ist Bodyshaming oder sonst irgendwas. Ich finde, es gehört einfach zur Berufs-, keine Ahnung, Auffassung eines Schauspielers dazu, dass man sich eben da auch entsprechend in Form bringt für so eine Rolle. Weil ich will ja auch keinen Ewan McGregor mit Plauze sehen, der völlig verlernt hat, wie er Lichtschwert kämpfen kann, weil er einfach zu faul ist, irgendwie da jetzt wieder Unterricht zu nehmen oder so. Naja, sagen wir mal so. Wir haben Boba ja nie unter seiner Rüstung wirklich gesehen. Wen wir gesehen haben, war Django und einen jungen Boba. Sonst haben wir es nie mitbekommen. Deshalb, ich habe jetzt Clone Wars nicht gesehen, wäre es für mich nicht überraschend gewesen, wenn er ein etwas älterer da drunter gewesen wäre. Ja, er hat nicht vielleicht die passende Stadt. Es geht nicht ums Alter, es geht nicht ums Alter. Ja, aber ich glaube, das ist ein Faktor, der mit reinspielt, weil ab einem gewissen Alter kannst du einfach nicht mehr in eine Form kommen, die dafür vielleicht nötig wäre. Und deshalb, und da können wir gleich nochmal auf ein anderes Thema drauf gehen, wieso nimmt man dann nicht für solche Rollen, ja, man möchte ihn natürlich in der Hauptrolle haben, recastet einmal oder castet eine jüngere Version und nutzt die dabei. Bestes Beispiel, da wirst du mich wahrscheinlich totschlagen, wieso recastet man nicht für die Szenen, wenn er so jetzt oft vorkommen soll, einen Luke Skywalker, anstatt ihn digital zu verjüngen, was okay aussieht, aber einen total rausbringt und überhaupt keine Emotionen in dem Gesicht rüberbringen kann, in irgendeiner Art und Weise. Ja, lass uns die Luke-Vell-Geschichte ein bisschen... Okay, aber ihn könnte man noch genauso gut, hätte man noch in den Flashbacks, sagt man, okay, der verbringt jetzt, man weiß ja auch nicht mal, wie viele Jahre er da verbringt. Moment, wann ist er in Sarlacc Pit in Return of the Jedi? Und das ist fünf Jahre später, ne? Ja. Ja, okay, so viel Zeit verbringt. Dann ist halt sein Alter generell das Problem, dann hätte man einen anderen Schauspieler nehmen müssen. Egal, aber man hätte ja über durchaus Tricks haben können, ihn jünger und älter und so zu machen. Vielleicht, er lebt dann fünf Jahre in der Wüste und das ist ein echt anstrengendes Leben und dementsprechend altert er mal in fünf Jahren so seine 20 Jahre. Ja, alles gut, dann kann er auch ausgezehrt sein, aber ganz sicher nicht kräftig zulegen. Also, schließt sich halt so ein bisschen aus. Ich meine, das haben wir ja auch bei Eugene, bei The Walking Dead, ja. Mal auch so, oder wie heißt der andere? Vom Cooper gespielt. Naja, du weißt, wie ich meine. Vom Ezekiel, der Buddy. Wo du denkst, okay, dafür, dass ihr eigentlich permanent um euer Essen kämpfen müsst, seid ihr ganz schön wohlgenährt, alle miteinander. Aber gut, das nur am Rande. Ja, also, das hat mich einfach immer so ein bisschen rausgeholt und dann wisst ihr ja schon, wie das dann bei mir ist. Dann werde ich halt so nitpicky und dann fallen dir halt die ganzen anderen Sachen auf, wenn du halt in so einer Story einfach nicht involviert bist. Und, tja, dann ist das halt eben so. Und ich glaube, es wäre wirklich cleverer gewesen, man hätte einen jüngeren Schauspieler gecastet, er hätte seinen Helm einfach öfter aufgelassen und Tamora Morrison hat auch in dem Interview gesagt, dass ihm ehrlich gesagt Boba viel zu viel quatscht. Mensch, und da hat er recht, ja. Denn eigentlich, aber dann sind wir bei dem, was ich eingangs sagte, alles, was man mit Boba hätte anfangen können, hat man leider schon den Jaren gegeben. Das heißt, leider hat man halt schon den Jaren gegeben. Und eigentlich wäre es halt die gleiche Serie nochmal geworden. Und ich glaube, das haben die halt sich auch überlegt und dann gesagt, ja, was machen wir jetzt? Ja, und haben dann eben das draus gemacht und das war halt irgendwie nicht. Ja, es sind halt Versatzstücke drin, die durchaus nett sind, die so als Kurzfilme vielleicht funktioniert hätten. Ich fand's wunderbar, reden wir mal über das Positive, ich fand wunderbar die Mechatronik, die da eingesetzt wurde, das ganze Puppeteering, großartig der Bürgermeister und andere, die da drin waren. Ganz toll. Ich liebe es an dieser Star-Wars-Inkarnation in der Realwelt, dass sie wirklich außerirdische Spezies wie außerirdische Spezies wirken lassen dürfen. Dass es nicht einfach irgendein Typ mit Maske ist, sondern dass das Puppen sind, die lebensecht wirken. Dass man nicht einen animierten Krogu nimmt, sondern wirklich das Puppeteering da mit reinbringt, das hat was Haptisches und das macht diese Welt gelebt und das macht sie einfach so vielfältig und diverse, wie man es heutzutage gerne haben will. Das fand ich das Schöne daran, was man so gesehen hat. Auf jeden Fall. Und man steckt halt nicht einfach nur Schauspieler, wie du es gerade gesagt hast, irgendeine Alien-Maske auf den Kopf und kümmert sich um den Rest halt nicht. Sondern hier kriegen die Bodysuits an etc. Da wird an die Füße gedacht, an die Hände, alles. Also wirklich absolut bin ich vollkommen bei dir. Über die Special Effects und deren Qualität müssen wir jetzt mal dein berühmtes Uncanny Valley, in das du auch meiner Meinung nach halt immer sehr gerne reintappen möchtest, mal außen vor, da ist das auf höchstem Niveau Punkt. Ich finde, sie haben sogar noch mal die Geschichte hier mit dieser riesen LED-Wand, vor der sie es jetzt filmen, sogar noch mal einen Ticken verfeinert. Ja. Die haben die ja auch eine Evolution daraus gemacht. Die werden ja ständig verbessert, die Dinger. Und die sind, glaube ich, mittlerweile viel, viel größer und viel, viel dynamischer, als was das am Anfang war, was man auch ganz klar sieht. Und ich kann seinen Namen nicht aussprechen, deshalb merke ich mir ihn nicht. die Musik, der Soundtrack, von dem er auch Mandalorian ... Ludwig Göransson oder wie der heißt, ja. Ja, den er gemacht hat. Ich musste so ein bisschen in das Theme von Boba reinkommen, was er für ihn geschrieben hat, aber ansonsten hat das für mich völlig funktioniert und ich hatte Spaß daran, den Abspann immer mit zu summen am Ende. Du hast mir in einer WhatsApp-Nachricht geschrieben, und du fandst die Konzeptzeichnungen irgendwie besser als das Ergebnis. Ja, ja. Ja, sagen wir mal so. Wir sind immer noch auf dem Niveau einer TV, einer sehr, sehr hochwertigen TV-Serie. Aber die Konzeptzeichnungen sind halt mal geile Konzeptzeichnungen, wie man sie aus diesem Universum gewohnt sind. Und wenn man den direkten Vergleich damit hat, wie das auch inszeniert ist, wenn es irgendwelche Explosionen oder irgendwelche Action-Szenen gab, da habe ich mich in mancher Szene gefragt, ja, hättet ihr nicht ein bisschen mehr Kontrast reinhauen können, ein bisschen bunter und so was? Ihr habt doch die Konzeptzeichnungen dafür. Das sah mir manchmal etwas zu flach aus, aber auch wirklich nur im direkten Vergleich. Von daher, ich würde mir ein Buch kaufen mit diesen Konzeptzeichnungen, die da am Ende kommen. Apropos Buch, du hast doch letztens dir ein Star-Wars-Buch geholt. Ich dachte, du hast es jetzt ernst. Ich dachte jetzt wirklich, du hast es dir jetzt hingelegt. Aber nein. Moment. Was hast du dir denn da für einen schweren Wälzer geholt? The Star Wars Archives. Episode 1 bis 3, okay. Ja, und die Special Editions. Es gibt diesen wunderbaren Taschenverlag. Und Taschen bringt so Fette. Das ist halt wirklich, man sieht, wie groß das ist. Hat schon für die Original-Trilogie eine wunderbare Star-Wars-Archives rausgebracht. Das ist mehrere hundert Seiten umfassend mit absolut geilen Bildern. Die Dinger kosten halt nur eine Menge. Also das Ding kostet normalpreis 150 Euro. Und die hatten es jetzt am Anfang des Jahres einen Sale, wo die das Ding mal für 75 Euro rausgehauen haben. Ja, das sind die Prequels und das sind die Special Editions. Aber der Behind-the-Scenes-Progress dahinter und die Geschichte, wie es entstanden ist, ist immer noch ziemlich geil, um es sich anzuschauen. Egal, wie man die Qualität am Ende der Prequels bewertet. Allein dafür lohnt es sich, so ein Ding anzuschaffen. Und irgendwann, hoffe ich, ist das Original-Archive noch mal drin. Weil da werde ich sicherlich einige Zeit mit zu tun haben, mich da mal durchzuführen. Ja, vielleicht machen wir mal einen Stream, wo wir unsere ganzen Coffee-Table-Books über Star Wars rausholen. Weil ich habe auch einige von diesen Bilderbüchern und die sind wirklich nett, einfach mal durchzublättern. So, zurück zum Mando. Zurück zu Lück. Gott, der steht uns ja auch noch bevor. Oh, jetzt ist gut. Es wird schön. Es wird herrlich. Es wird großartig. Ja, zurück zu Boba. Aber also, Effekte haben wir gesagt, sensationell Musik, wenn man sich einmal, also ich habe mich halt inzwischen reingehört. Die ersten paar Mando-Folgen war ich etwas irritiert, aber inzwischen habe ich mich da reingehört. Und ich mag das auch ganz gerne. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt lieber was John-Williams-mäßig. Aber okay, ich finde das schon ziemlich gut. Und wenn es ja entsprechende Themen gibt, dann holt er sie ja auch rein. Also von daher ist das hier alles in Ordnung. Was ist sonst noch ganz nett? Also ich habe mich noch nicht satt gesehen. So grundsätzlich. Aber jetzt hätte ich, also vorhin wurde im Chat schon, bevor es losging, hier schon geschrieben, oder wir haben es ja auch vorhin schon gesagt, schon wieder Tatooine mit Obi-Wan geht es auch schon wieder auf Tatooine. Es ist halt wirklich jetzt langsam ein bisschen, ja, weiß nicht, ist das so günstig in der Wüste zu drehen? Ist das billig? Die drehen ja nicht mehr in der Wüste. Ja, die drehen ja nicht mehr in der Wüste, genau. Aber es ist einfacher zu rendern. Wahrscheinlich. Ich habe mich an diesem Wüsten- und dem Western-Setting jetzt ein bisschen satt gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Man hat auch jetzt wirklich jetzt in dieser Serie jetzt sämtliche Western-Klischees rausgeholt. Also das hat man bei Mando auch schon gemacht. Aber jetzt hat man sie alle durch. Also jetzt sind alle durch. Das Mexican-Stand-Off war dabei. Man hat Cat Bane nochmals zurückgehoben. Müssen wir auch noch drüber reden. Der ja natürlich eins zu eins ein Lee-Frank-Leaf-Charakter ist aus den Leone-Western und so weiter und so weiter. Also, ja, sagen wir mal so. Wir waren halt viele Charakter einfach reingeworfen und nicht alles hat halt funktioniert. Und ja, lass uns mal über die Sachen reden, die alle nicht so funktioniert haben. Also wir haben ja schon über die Flashbacks geredet, die so grenzwertig waren. Du hast aber bestimmt auch noch was. Ja, wir haben noch ein paar Mopeds, die dazwischen kamen. Oh ja, oh ja. Überhaupt diese ganze Cyberpunk, diese Mods, diese ganze Cyberpunk-Geschichte passt für mich null. Also das war wirklich das, wo ich sage, das war eine dumme Idee, schlicht und ergreifend. Also dass diese Crew, und das geht nicht gegen die Schauspieler, man muss ja heutzutage alles Disclaimer, diese Crew war einfach eine dumme Idee. Die Mopeds waren eine dumme Idee, die Outfits waren eine dumme Idee, das Cyberpunk-Gedöns war eine dumme Idee. Passt für mich null Komma null rein. Die Mopeds haben mich ganz stark daran erinnert, als Doctor Who vor etlichen Jahren mal versucht hatte, so ein kleines Redesign der Daleks durchzuführen. Du kennst die Daleks, die Mülltonnen aussehen. Da haben sie die quasi Apple-Versionen rausgebracht, die auch in Rot, Weiß und Schwarz da waren. Die fast wie Stormtrooper und eine Mischung aus Stormtrooper und Apple-Geräte aussahen. Das ging auch so ein bisschen nach hinten los und haben sie nie wieder eingesetzt danach. Ja, dazu frage ich mich auch wirklich, wie diese Verfolgungsjagd durch die Endabnahme gehen konnte. Twitter ist ja ausgeflippt, da gab es ja lustigste Memes zu. Das war ja die langsamste, langweiligste, undynamischste Verfolgungsjagd ever. Da frage ich mich wirklich ernsthaft, wie das durch die Endabnahme gehen konnte. Im Worst-Case hätte ich einfach die Geschwindigkeit mal 1,5 gemacht. Du, Mos Espa ist jetzt nicht unbedingt so groß. Da hat man nicht so viele Straßen, wo man mit 150 durchrauschen kann. Dann ist man direkt am anderen Ende der Stadt angelangt. Aber da muss ich schneller schneiden. Da muss ich halt eben die Schnitte schneller machen. Da habe ich mich ernsthaft gefragt, wie konnte das wirklich passieren? Also, ja, und das heißt, wir hatten also die ersten drei Folgen, und das war dann auch mit der dritten Folge so auch der Tiefpunkt, auch bei den Rotten Tomatoes Scores. Es fing gut an mit 82, ging es sogar auf 90 hoch, um dann auf 59 abzusacken. Und dann noch die vierte Folge, und dann kam die fünfte Folge, die hier 100% bei Rotten Tomatoes hat. Weil es einfach keine Boba Fett-Folge mehr war. Genau, und da war wirklich der meistgesagteste Satz, die beste Folge bei der Book of Boba Fett ist die Folge, wo Boba Fett nicht drin vorkommt. Und so war es halt dann auch. Niemand hatte damit gerechnet. Also, ich hatte jetzt, ich hatte vielleicht mit dem Cameo von den Jaren mal gerechnet, aber nicht, dass der eine ganze Folge kriegt, die ja eigentlich irgendwie schon so ein richtiger Epilog zu seiner eigenen Serie war, die auch fürs Lore richtig was gemacht hat. Also, das Book of Boba-Ding macht auch für Star Wars Lore. So, überhaupt nichts, außer den lokalen Beef auf Tatooine. Aber diese eine Folge, die macht so, die baut so richtig was auf. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, vielleicht irgendwie so ein Star Wars Endgame. Und ich meine, Kevin Feige kennt sich ja aus. Das heißt, wir haben jetzt diese ganzen Mandalorianer und den Kampf um den Darksaber. Da wird bestimmt noch was Schönes draus werden. Ja, hattest du es geschrieben? Ich weiß nicht, ob du es geschrieben hast. Aber diese Folge hat dazu geführt, dass man diese Serie doch irgendwie sehen muss, dass die auf die Watchlist kommen muss. Zumindestens zwei Folgen davon. Weil letztendlich hätte, wie du es gerade schon gesagt hast, das ist so eine Nebenstory, die hätte man so ein bisschen abwatschen können. Und dann ist es dann doch zum Pflichtprogramm geworden. Genau mit dieser Folge. Ja, und halt die nächsten, also fünf und sechs, sind wirklich dann insofern Pflichtfolgen, als dass sie halt wirklich diese Mando-Geschichte weiterbringen. Auch die Idee, wie er sein Schiff kriegt. Und ich habe auch nichts, wenn er noch mal zur Wäschefee kommt. Und dann war ja sogar das kleine Easter Egg mit dem kleinen Droiden aus Jedi Fallen Order. Was ich gerade spiele. Ja, hast du gerade. Und ist gut, oder? Ist echt gut, ja. Ich bin auch ganz froh, dass du mir gesagt hast, dass es nicht so lang ist. Weil dann hoffe ich, dass ich vor Horizon 2 damit durch bin. Weil ich es einfach nicht oft spielen kann gerade. Aber ja, das ist, ich meine, es war wie, es ist ja eigentlich die passende Analogie. Es war wie ein Glas Wasser in der Wüste, diese Folge. Es war wie ein Glas Wasser in der Wüste. Du hast vorher nur Wüste gesehen, eintönig und so, passt zu Star Wars. Wir sind mit Star Wars angefangen, mit diesen Szenarien. Aber dann plötzlich sehen wir Weltall, sehen wir Kontrast, sehen wir Schwärze, sehen wir Nacht, sehen wir teilweise auch andere Spezies und so. Aber es ist so ein bisschen wie, wir waren am Verdursten in dieser Serie und dann hat man uns dann doch das Glas Wasser gereicht. Ein Tropfen hat nur genügt. Ja, und da war so viel drin. Zum Beispiel diese Ringwelt. Ja. Hat man so noch nicht gesehen. Also jetzt zumindest in Star Wars noch nicht. Ist ein ziemlich geiles Sci-Fi-Konzept, das dahinter steckt. Ich glaube, da gibt es sogar irgendwie ein Autor, der dazu geschrieben hat, ein ganzes Konzept, wie so eine Welt rund um eine Sonne und einem Stern funktionieren kann und genau durch diesen Stern quasi angetrieben wird. Ich hatte es mir entsprechend durchgelegt. Ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Aber es ist eine Dyson-Sphäre, außer dass das hier halt ein Dyson-Ring ist sozusagen. Es ist keine Dyson-Sphäre. Es ist nochmal ein ganz anderes Konzept von einem anderen Autor, der auch wirklich das bis ins kleinste Detail beschrieben hat. Und ich habe es in irgendeinem Artikel gelesen und habe mir danach das alles durchgelesen, Kurzzeitgedächtnis, alles schon wieder vergessen. Aber ich kann es empfehlen, sich mal danach zu googeln, weil das ist ganz spannend, aufgebaut. Ja, da hat man was, das fand ich wirklich schön. Dann hat man auch nochmal die Mandors gesehen. Dann war auch nochmal das mit dem House Whisker nochmal. Das hatte ich, ich glaube, in der ersten Staffel von Mandalorian schon erwähnt. Es gibt halt immer diese wunderbaren Querverweise auf The Clone Wars, was dann auch durchaus wieder einige Folgen von Clone Wars guckbar macht. Vor allem die letzte Staffel, die nachgeschoben wurde, kann ich an der Stelle auch wirklich nochmal empfehlen. Auch einige Folgen von Rebels machen dann durchaus Sinn, dass man die sich nochmal anschaut. Also da ist dann schon richtig was drin. Auch ich mag ja immer so, wenn Dinge so ein bisschen normal, also wenn man so ins Alltag mal sieht, zum Beispiel, dass er dann einfach so einen Transporter nehmen muss. Ja. Das fand ich wirklich einfach mal eine nette Idee. Dann kommt er, wie gesagt, der Tatooine holt sich dann so ein Schiff ab. Gott sei Dank war es jetzt nicht der Fighter von Anakin. Ja. Gott sei Dank. Naja, auch wenn er durch den Canyon fliegt. Er ist zumindest durch den Canyon geflogen. Genau. Eins zu eins wie beim, wie hieß es beim, beim Race. Das haben sie dann auf jeden Fall gemacht. Es war dann Gott sei Dank nicht der und dann wird der auch umgebaut. Ich hatte ja kurzzeitig gedacht, weißt du, welches Schiff zu den Jaren richtig geil gepasst hätte. Und ich dachte, im ersten Moment, das ist es, weil auf so einem Naboo-Fighter wäre ich echt nicht gekommen, dass sie das machen. Ich hätte gedacht, er kriegt das Schiff vom General Grievous. Mhm. Okay. Der hat doch diesen Hot Rod da, dieses silberne, langgezogene Ding, ja, was auch so ein bisschen ähnlich aussieht. Das hätte auch gut zu ihm gepasst. Da dachte ich erst, das ist es. Und dann hat man so diese schöne Folge, wo sie das Schiff dann so aufbauen, etc. Also, das hat schon alles wirklich Laune gemacht. Ja, ich habe mich bei dem Schiff, bei dem Naboo-Staff, da habe ich mich gefragt, da muss er sich ja eigentlich immer jetzt ein Hotel nehmen, wenn er unterwegs ist. In seiner Razor Crest konnte er gut übernachten und auch gut weiterfliegen, aber hier hat er ja sogar, Grogu, der dann hinten drin ist, hat er nicht viel Platz und nicht viel Ladefläche, wo er irgendwas reinpacken kann. Das hat mich so ein bisschen gewurmt bei der Sache. Ich meine, so schön, wie es ist, da rumzufliegen. Ich habe jetzt auch die Thrawn-Trilogie, da ist ja auch eine Szene drin, wo einfach Luke mit seinem X-Wing im Trockenen liegt, quasi, und da klarkommen muss, aber da hätte ich doch wenigstens den Anhänger oder sowas gebaut. Ja, ich habe mich halt auch gefragt, wie transportiert er sein Bounty, eine Beute, also, ich sage mal so, ein Bounty kann er schon mitnehmen, das kriegt er im Handschuhfach noch runter, aber wie kriegt er denn seine Kopfgeldleute mit, wie geht er mal aufs Klo? So wie die Astronauten. Ja, das war alles so ein bisschen, das ist halt einfach ein Sternenjäger und kein Langstrecken-Schiff, aber gut, okay, das ist das Benefit of the Doubt, und ja, von daher, es ist ein cooles Ding. Absolut. Auf jeden Fall. Und Amy Sedaris noch mal zu sehen, macht ja auch Spaß, die, auch wenn sie comedy-mäßig etwas rausfällt, so ein bisschen, äh, wie unser schöner, jamaikanischer, rumpflappender Mensch, aus Episode 1, ich will jetzt nicht seinen Namen sagen, ähm, ein bisschen kommt sie ja raus, aber trotzdem macht es Spaß, ihr zuzuschauen. Ja, es ist eben, von daher, das ist für mich alles in Ordnung. Das waren also, wie gesagt, dann, dann, dieses Lore um den Darksaber, ich fand auch cool, diese, jetzt, guck mal, jetzt sind wir auch schon so weit, wir reden jetzt schon wieder mehr über, über die Geschichten. Aber es hatte ja auch mehr, es hatte ja auch mehr drin. Es hatte ja halt auch mehr, zum Beispiel, was neu war, also zumindest kann ich mich nicht dran erinnern, dass halt dieser Darksaber so ein Gewicht bekommt. Und ich fand's auch richtig geil, dass er sich halt erst mal selber schneidet. Ja, dass er eben nicht sofort mit dem Ding umgehen kann, wie irgendwie so ein, ähm, wie, äh, so ein getrainierter Jedi, sondern dass er sich einfach mal fast selber sein Bein abhakt dabei. Super. Es ist ja auch wieder die Prequel-Szene, die über sich viele aufregen, wie in der Jedi Academy einfach die ganzen kleinen Kinder mit ihren Lichtschwertern rumfuchteln. Das Ding kann dir den Arm absäbeln, wenn du nicht aufpasst. Also, das, das passt hier wunderbar rein. Genau. Dann auch dieses Konzept, dass der halt schwerer wird von Schlag zu Schlag, ja. Das war auch mal was Neues, ja. Fand ich auch, äh, so, so ganz, ganz cool. Also, das, da war schon, äh, eine Menge drin. Und sie haben auch das aufgegriffen, was wir ja in der letzten Mando-Staffel gesagt haben, ja, de facto ist er jetzt der Herrscher und sofort kommt einer und fordert ihn raus, ja. Ja. Das ist ja schön, dass das jetzt nicht so unter den Tisch, das heißt, wir werden ganz sicher noch, ähm, na, wie heißt die, jetzt komme ich nicht drauf, Starbuck. Ach so, ja, ja, ähm, genau. Starbuck, genau. Werden wir dann auf jeden Fall nochmal wiedersehen und da wird es auf jeden Fall, habe ich vorhin schon mal gesagt, nochmal den, den großen, den großen Clash geben. Ja, natürlich gab es den, das Darksaber schon bei Rebels schon, aber halt eben nicht mit diesen Implikationen, die wir jetzt halt haben, das ist halt eben, zum Beispiel Sabine Wren kann sofort mit dem Darksaber umgehen, ja, äh, da, die ist da schon sofort ein trainierter Jedi so ungefähr und auch diesen, diesen Faktor, dass es halt eben schwerer wird von Schlag zu Schlag oder wenn man damit nicht umgehen kann, das ist halt, finde ich geil, weil das ist halt eben mal ein neues Konzept bei so einem Lichtschwert. Es ist ja auch ein anderes, hier sieht ja auch anders aus, ja, also von daher, Bo-Katan. Bo-Katan, dankeschön. Katie Sackhoff, danke, Katie Sackhoff, genau. Und das finde ich einfach gute Konzepte und da kann man mal was machen. Ich mochte auch diese kleinen Details, dass man endlich mal so Vipro-Klingen in Aktion sieht, ja, die kennst du eigentlich nur aus den Knights of the Old Republic Rollenspielen, da ist so, bevor du irgendwann mal Lichtschwert hast, hast du erst so eine Vipro-Klinge, ja, und dann war es schön, dass man die mal so in Aktion sieht, das war eine schöne Sache, also das hat einfach alles im Grunde genommen Spaß gemacht und ja, dann kriegt er sein Schiff und dann sieht man auch mal die zwei Cops in den X-Wings, aus den letzten sieht man auch nochmal, also von daher alles ganz, ganz nett gewesen und ja, und dann haben wir natürlich jetzt in der Folge 6, hat es natürlich dann geknallt. Da, also ich wusste es nicht, ich habe aber jetzt auch nicht viel gelesen dazu, ich war wirklich schon, ich wurde gespoilert über Cat Bane in einem Vorschaubild, aber über Luke wurde ich nicht gespoilert. Ja, ich auch nicht. Sag mal deine Gedanken dazu, als du das gesehen hast, jetzt lass mal das Uncanny Valley weg, nur mal so. Ja, Uncanny Valley, egal, sagen wir mal so, Ende der zweiten Staffel war natürlich, wow, die haben es gewagt, ihn zurückzubringen, wunderbar, das wird bestimmt ein One-Off, dass die seine Rolle jetzt so ausbauen, einerlei ist natürlich wieder ein bisschen ärgerlich, weil wir wollen ja eigentlich von den Skywalkers weg, von der ganzen Skywalker-Saga und so weiter und so fort. Andererseits ist es natürlich nett, wir haben, wir haben noch nichts von dieser Ära von ihm gesehen, er ist am Ende der zweiten Staffel Mandalorian weiterhin ein Mysterium und dieses Mysterium wird so ein bisschen gelüftet, was da herkommt und ich dachte, ich meine, sie haben uns ja auch schon ein bisschen angeteast, weil Din Djarin, habe ich schon gedacht, dass der irgendwie zum Finale dazukommt, wenn es nicht zum großen Kampf ist, klar, und dann haben sie angeteast, okay, Din Djarin fliegt einmal rüber, um sich mit Grogu auszusprechen, so ungefähr, ja, den sehen wir dann im Finale wieder, wenn er wiederkommt, aber dann anzuschließen in dem ganzen Ding und zu wagen, erst mal da aufzutauchen, dann R2-D2 zu zeigen, wo man dachte, okay, erst mal D2 sehen wir die Folge, gut, das war es vielleicht alles, was wir mitbekommen, der schickt ihn bestimmt zurück, kannst du nach Hause gehen, die sind irgendwie auf irgendeiner Jedi-Mission da, aber dann das Training zu zeigen und Luke dabei zu zeigen, das fand ich, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, ich fand es konsequent, aber ich hätte erstens nicht, sowieso nicht den Boba Fett damit gerechnet und ich hätte, glaube ich, auch nicht in der dritten Staffel Mandalorian damit gerechnet, ich fand es cool, auch wenn andere Aspekte daran vielleicht nicht ganz so cool waren. Ich hätte ehrlich gesagt, ähm, also, ja, das war schon ganz cool, aber, auch das war für mich völlig fehl am Platz, das wäre, jetzt machen die das bei, äh, Star Wars, noch nicht, aber das wäre für mich das, was sie bei Star Trek, Star Trek Discovery machen, so ein klassischer Short-Track. Mhm. Diese kompletten Training-Szenen von Luke und Grogu, inklusive dem, du musst dich entscheiden und dann Schluss, das ist für mich, das ist so ein klassischer Kurzfilm. Ja. Und, weil, dass der, den Jaren da hinfliegt, um ihm da was zu geben, was er da dieses, äh, das Mithrilam, genau, das Mithrilam zu geben, das macht ja durchaus noch Sinn, aber dass ich dann, obwohl er, ich hab ja dann auch immer die, die, ich habe ja fast keinen allwissenden Erzähler, in Anführungszeichen, ich folge ja immer irgendwie, aus der Sichtweise von irgendjemandem, entweder von Boba oder von, ähm, äh, den Jaren oder von, äh, hier von dem Kopf-Dingsbumster, von dem Marshall, ich bin ja, also ich hab immer einen, jemand, dem ich folge, meistens. Und, ähm, und dann plötzlich fliegt der Dinn weg und ich bleib trotzdem noch auf dem Planeten ähm, und ich seh dann trotzdem noch dieses Training, also ich mein's, Forever Nerd Girl ist abgegangen, die, die hat gejuchzt vor Glück, ja, als sie das gesehen hat und auch diese ganze Trainingssequenz und das war auch alles nett und das hat auch irgendwo Spaß gemacht, aber ich fand's halt auch deplatziert, das wär so ne, Post-Credit-Scene gewesen, das wär so ein Schmankerl zwischen zwei Seasons, komm hier, guck mal, wir haben euch mal ein extra Ding für zehn Minuten und das Internet wird durchgedreht, ja, äh, äh, ob dieser zehn Minuten. Da fand ich es verschenkt und deplatziert und, ja. Ja, es ist einfach so, es ist wie etwas, dass man die Leute dazu bringt, diese Serie zu sehen, wenn sie sich, wenn sie sie für sich schon abgeschrieben haben in der Richtung. Es ist halt, es wird zum Pflichtprogramm, äh, dadurch. Ich find, ganz abgesehen, äh, davon, ich fand's auch deplatziert und ich hab mich auch gewundert, hm, ja, ist geil zu sehen, einerseits ist der Fan in mir, boah, geil, war ja nichts anderes als Fanservice. Es war purer, purer Fanservice mit Soße obendrauf und Sahne und Kirsche noch dabei, so ungefähr. Ähm, aber es war halt ein komischer Beigeschmack, als ob die Kirsche nicht ganz gut wäre, so ungefähr da oben drauf, weil es einfach nicht nötig gewesen wäre, das an dieser Stelle zu platzieren. Du hast gesagt, wunderbar, in einem Short-Track, in einem Short-Wars, wieso nicht, in einer eigenen kurzen, lass es eine Episode sein, lass es ein Special sein, ein Weihnachtsspecial, 60-Minuten-Special, irgendwie so in der, äh, Art und Weise. Hätten man daraus machen können. Machen sie jetzt zum Beispiel ja auch für Guardians of the Galaxy, kommt ja Ende des Jahres auch ein Weihnachtsspecial raus, was sie dafür gedreht hätten. Das hätte wunderbar gepasst und dann hätten sie sich auch ein bisschen Zeit nehmen, äh, können, um Sebastian Stan als Luke zu casten. Ja. ähm, jetzt sind wir beim Luke, jetzt reden wir drüber. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, die haben ja jetzt den, äh, Knaben angeheuert, der ja nach dem ersten Cameo, äh, von Luke, was ja wirklich suboptimal war und wo ja sofort, ich glaube, ein oder zwei Tage später hat er schon bei YouTube das Video hochgeladen mit seiner Version vom Deepfake, die dramatisch besser war und dann hat man ihn ja anscheinend vom Fleck weg engagiert, um also jetzt das zu machen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich wollte nicht und ich bin auch nicht ins Uncanny Valley gefallen, beim, also beim ersten Mal. Ich habe die Folge dreimal geguckt, ähm, und beim dritten Mal dann schon, aber beim ersten Mal war ich wirklich so, ach, ach Gott, nee, das ist ja jetzt, ah ja, ha ha ha, das ist ja ein Knaller und ich habe auch so, du hast vorhin die, die Puppetry angesprochen, ja, ich habe halt so auch, war so entzückt von diesem Puppenspiel, ähm, dass ich den Luke zu 100% abgekauft habe, mich hat die Stimme ein bisschen gestört, aber hier steht jetzt gerade im Chat, dass Luke Stimme ähm, nicht neu eingesprochen, sondern Archivaufnahmen in der Originaltrilogie zusammengejobbt waren. Nee, auch nicht ganz. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, nein. Ähm, die Stimme kam, da bräuchte ich mal einen Nachweis, Limmick. Komm komplett aus dem Computer, äh, komm komplett aus dem Computer. War übrigens auch schon so, bei der, äh, ich glaube beim Finale vom Mandos zweite Staffel haben sie es teilweise gemacht, aber jetzt ist es eine komplette KI-Stimme. Also die haben den Text nur reingefüttert, haben es vielleicht ein bisschen informiert, aber ansonsten ist es Siri oder Google. Oder irgendwas in der Richtung. Aber es ist halt wirklich eine Computer-Stimme, was okay war, ähm, das hat mich noch nicht mal, das hat mich noch nicht mal gestört. Also sag mal es mal so, das war als KI-Voice war das schon gut, ja, aber ich hab Mark Hamill nur bedingt rausgehört und Mark Hamill ist halt durch seine ganzen Sprach- und Voice-Acting, das er halt macht und da natürlich dann auch nur mal durch die, äh, Sequels natürlich noch mal sehr jetzt prägnant drin. Ja, aber das ist ja natürlich auch wieder ein sehr alter Mark Hamill. Natürlich, klar, logisch. Das ist mir schon klar, dass das nur bedingt passt, ne? Und in seiner Rolle als Luke, da war er ja auch noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt, was das anging. Da war er noch nicht so ausgeprägt in seiner schauspielerischen Leistung, wie es, wie es, wie es jetzt hinbekommt. Deshalb dieses Weiche in der Stimme war schon, war schon okay. Das hat mich jetzt nicht ganz rausgehauen. Ich hab mich jetzt... Nö, rausgeholt, rausgeholt wäre jetzt übertrieben, aber es war halt was, was so beim zweiten, dritten Mal gucken, wo ich halt dann sagen muss, so, hm, okay. Ich, ich fand's dann doch eher, äh, gut, ich hab einen Blick dafür, einen speziellen Blick dafür. Ich sehe solche Sachen leider direkt. Es war für mich an Kenny Valley. Ich musste sagen, oh ja, sieht schon gut aus, aber immer noch zu hölzern. Also sagen wir mal so, ein Schauspieler lebt ja auch durch seine Mikromimik, durch was, was im Hintergrund stattfindet. Und es ist halt nicht wie... Im Cartoon kannst du das machen. Da ist es ja plastisch und da hast du völlig übertriebene Gesten. Aber so ein Schauspieler lebt davon, dass er wirklich mit kleinsten Dingen ganz, ganz viel macht. Bestes Beispiel, Din Djarin ist die ganze Zeit in seinem Helm, muss totales Overacting machen, aber das passt wunderbar da drauf, weil man es halt mit diesem Helm machen muss. Ein Schauspieler, den man direkt ins Gesicht zieht, der kann kleinste Nuancen reinbringen, die man auch dann bemerkt, zumindest unterbewusst. Und dieser Detailgrad, auch wenn es in Standbildern gut aussah, ist für mich leider komplett verloren gegangen. Es ist wie eine glatt gebügelte Maske. Und ein Luke ist halt aus der Original-Trilogie ein sehr leidenschaftlicher junger Mann, wo die Passion dahinter ist, wo der Selbstzweifel hat, der sich fragt, wie können wir jetzt weitermachen, nachricht das Richtige, hat nicht nur richtige Ausbildung genossen, muss sich alles selber zusammenstellen. Können wir gleich übrigens auch noch drauf eingehen, was das bedeutet. Aber er ist halt jemand, da ist das Feuer dahinter. Und selbst wenn das Feuer vom Zweifel dahinter ist, und das hat mir in dieser Performance leider komplett gefehlt. Ja, bin ich bei dir, vor allem, weil Mark Hamill ja auch, ich sag mal, durchaus jetzt sich nicht durch ebenmäßige Haut auszeichnet. Ja, da bin ich absolut bei dir. Du hast aber gerade einen Aspekt und lass uns mal kurz über auch ein bisschen Story-Weiß mal reden. Ich bin über eine Sache gestolpert, aber vielleicht hast du eine Idee oder vielleicht hat der Chat auch eine Idee. Und zwar habe ich diese Entscheidung, die er dann Grogu aufzwingt sozusagen, Way of the Force oder Way of the Mundo, die habe ich ehrlich gesagt nur bedingt verstanden. Weil er ja eigentlich diese alte, also er geht ja praktisch zurück zur alten Lebensweise des Jedi-Ordens. Keine persönlichen Verbindungen und Zölibat und blau und überhaupt, gibt nur Ärger. Okay, kann man so machen, aber da fehlt mir die Erklärung für, weil eigentlich ist er ja gar nicht so explizit trainiert worden. Er hat ja mehr Fähigkeiten trainiert als jetzt irgendwie den Kodex. Und er hat es ja bisher auch komplett anders gelebt. Er bricht seine Ausbildung ab, um seine Gefährten zu retten. Er trainiert ja noch seine Schwester, also Leia etc. pp. Jetzt den Grogu auf einmal vor diese Wahl zu stellen, um dann zu sagen, das passt nicht. Es passt übrigens auch nicht ganz zu den jetzt, äh, jetzt ja Legends, aber zu allem, was wir bisher in den Jedi Academy Games etc. gesehen haben. Ja. Kannst, also das, das, diese, war jetzt diese Entscheidung schlicht und ergreifend einfach nur des Dramas wegen, damit man halt am Ende die Auflösung dann hat, oder? Bei mich hat es ja keinen Sinn gemacht. Zumindestens ist es ja nach neuem Lore so, dass, äh, Leia ja die erste, seine erste Schülerin sein soll. Das ist ja dann damit, wäre ja damit widerrufen worden. Aber ja, es hat, der Limmerk hat jetzt hier geschrieben, ja, in Episode 6 war er auch schon, äh, passend ruhig und besonnen von der Art. Aber da hat er eine gewisse Wärme ausgestrahlt. Ähm, und diese, diese ruhige Wärme, die er da mit sich gebracht hat, dieses, diese innere Ruhe, war für mich auch hier jetzt nicht in, in der Art und Weise, äh, da. Und ja, auch dieses, diese Entscheidung hat mich dann doch, vor Diagro gestellt, hat mich dann doch auch sehr gewurmt. Vielleicht nicht bewusst im, beim Gucken der Folge, weil ich hab mir danach ein bisschen was durchgelesen und dachte, ja, das stimmt, das war so mein Gefühl dahinter. Ähm, beim Gucken der Folge hat's mir, er ist mir aufgestoßen, von dem, das muss doch jetzt nicht sein. Ähm, du kannst doch, der, der muss doch nicht so dogmatisch leben, wie alle vor dir. Und wenn man sich's dann durchgelesen hat, ja, er hat ja eigentlich, er hat eine Ahsoka Tano da gerade. Ähm, die muss es doch wissen. Die muss ihm doch ein paar Pointer gegeben haben, was damals nicht funktioniert hat. Sie hat ja auch ihre, sie ist ja auch kein richtiger Jedi. Und sie kennt ja Anakin aus dem FF, ja. Genau, genau. Und da müsste sie ja dann doch irgendwie zumindestens ein paar Ratschläge, ein paar Tipps geben. Und diese völlig dogmatische Sichtweise, die er da wieder an den Tag bringt, macht vielleicht im Blick auf die Sequels Sinn, wo wir einen völlig desillusionierten Luke später treffen, wo die, das ganze Konzept seiner Akademie nach hinten losgegangen ist. Und wahrscheinlich hat sich so ein Filoni gedacht, ja, weil er die alten Lehren wieder benutzt hat, in dem Sinne. Das wurde ja nie aufgefüllt. Ähm, aber das macht ja aus der Historie der, äh, der Originaltrilogie einfach keinen Sinn. Und, äh, auch wenn ich's beim Gucken nicht so bewusst hatte, hat mich das selbst beim Gucken extrem gestört, dass er das jetzt, äh, dass er jetzt da so völlig emotionslos gesagt hat, ja, du musst entweder mit ihm gehen oder nicht, geh doch mit ihm und komm dann später zurück, um deine Ausbildung abzuschließen. So ungefähr, ne? Ja, eben, vor allem. Ja, weil er ja vorher noch sagt, du hast sowieso ne Menge Zeit. Ja. Und er hat sich ja total viel Mühe gegeben, um ihm zu retten und ihn abzuholen. Und dann gibt er ihn mehr oder weniger einfach auf. Na gut. Da war ich mir halt nicht sicher, ob das irgendwie noch mal ne, 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 pay off hat oder ob das halt jetzt story-wise so sein musste. Aber das hätt ich dann halt auch anders gespielt. Dann hätt ich ihn halt den, äh, den Jaren halt sehen lassen. Und dann hätt er den halt angeguckt und hätt er halt gesagt so, oh, ich will aber lieber mit dem. Und dann hätt er Luke halt gesagt, na gut, wenn du jetzt wirklich mit dem mit willst, ich halt dich nicht auf, ja. Und dann ist er halt weg. Dann hätt ich's halt irgendwie so gemacht, ja. Mhm. Was hältst du davon, dass jetzt also, äh, der Grogu auch schon, äh, in der, äh, im Jedi-Tempel war und die Order 66 miterlebt hat? Ich find's ein schönes Setup. Mhm. Weil es weiterhin Mysterium gibt. Ich mein, wir haben uns vorher, wir haben uns die ganze Zeit gefragt, wo kommt er her? Ähm, dann haben wir ein bisschen schon im Mando mitbekommen, ja, dass er irgendwie dann doch schon eine Ausbildung hat, nur viel vergessen hat am Ende. Aber dass er wirklich diese Einstellung, ähm, die, die war ja fast eins zu eins aus, glaub ich, Episode, äh, äh, drei raus. Die war neu, die war neu. Die war, die haben sie neu, aber es hat sich angefühlt wie Episode 3. Ähm, bringt jetzt das Mysterium hoch, wie ist er da rausgekommen? Was ist da passiert? Er hätte doch eigentlich niedergestreckt werden müssen, so ungefähr. Genau, und da wird wild spekuliert, welcher Jedi ihn gerettet haben könnte von irgendwelchen Jedis aus der zweiten Reihe, aus Clone Wars bis hin zu Mace Windu. Reichen da die Theorien? Ähm, ist also im Grunde genommen alles dabei. Und, äh, ja, das wird die Frage sein. Und ich glaube, das wird auch eine Frage sein, die beantwortet werden muss, wer Grogu da rausgeholt hat. Denn sonst hätte ich das jetzt nicht so offensichtlich da rein. Weil jetzt willst du wissen, okay, wie kann man denn da raus? Ja, und ganz ehrlich, das, das werden die beantworten, wenn man so in der ganzen Retrospektive die ganzen Filoni-Serien sich anschaut, nach und nach, über die Jahre verteilt, gibt der ja immer mehr Preis und zeigt einfach immer mehr, was das angeht. Egal, ob die Zuschauer jetzt noch was von ihrem Charakter, äh, irgendeinem Charakter wissen oder nicht, äh, für Fans, die lange dabei sind, gibt's Titbits, die immer wieder rauskommen, wo am Ende das große Ganze, äh, zu sehen ist. Und da können wir ganz sicher drauf, äh, bauen, dass es einen Masterplan gibt, das zu irgendeinem Zeitpunkt, äh, das in einer wichtigen Story offenbart wird. Glaubst du, dass Disney hier einfach mal vorfüllt, wie weit sie gehen können mit CGI-Charaktern und Recasting und blauen überhaupt, beziehungsweise ja nicht Recasting, sondern halt eben nur Body-Doubles mit. Glaubst du, die testen da jetzt mal so ein bisschen die Grenzen aus, wie weit sie's treiben können, wie man alles zurückholen kann? Hm, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, die Reaktionen, die ich gesehen hab, sagen halt, castet lieber Sebastian Stan dafür, der eins zu eins wie, äh, ein junger Mark Hamill aussieht, wenn man ihn richtig, äh, stylt. Ähm, ich weiß halt nicht, also ich glaube, das, was wir jetzt gesehen haben in Mando Staffel 2 und dem hier, das bedeutet Großes. In irgendeiner Art und Weise werden wir die Skywalker-Luke werden wir nochmal wiedersehen. Sei es eine Serie, sei es irgendein Film oder irgendein Special, der wird wieder auftauchen. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Das war ein Test, um zu gucken, wie reagieren die Leute da drauf und du schmeißt nicht nur ein paar Brotgruben hin, ohne, äh, dass du die nicht erfüllen willst. Ich fände es sehr enttäuschend, wenn sie es weiter so versuchen, weil, wie gesagt, für mich nimmt das ein gewisses, das ein Leben daraus. Ja, Mark Hamill hat sicherlich Bock, mehr zu machen, als das, was ihm jetzt in der, äh, äh, Sequel-Trilogie gegeben wurde, ähm, aber ob er das um diesen Preis machen will und nicht vielleicht einfach mal die Fackel abgeben möchte, die haben doch, äh, Han recastet, die haben, äh, äh, doch, äh, Lando recastet, das können die doch jetzt auch mit dem, äh, mit Luke machen, ganz einfach. Jetzt haben sie den Weg dafür vorbereitet, jetzt haben sie das perfekte Fancasting da schon, der sowieso im Disney- und MCU-Universum unterwegs ist, nimmt ihn und macht eine Serie dafür. Ja, genau, also von daher, ich bin gespannt, was, was, was da, was da also noch rauskommt. Dann lass uns noch ein bisschen über, dann doch nochmal zurück zu Boba gehen und seinem, dann plötzlich vom Western hin zu, und ganz ehrlich, das hat mich dann im Nachhinein auch ein bisschen, oder andersrum, mir kamen halt gleich fünf Ideen, wie man es anders hätte machen können, denn, ähm, man geht dann plötzlich story-wise komplett auf den Paten, also total, ja, und dann frage ich mich halt, warum ziehe ich dann aber trotzdem noch dieses blöde Western-Setting durch, ja, dann hätte ich, würde ich es ein bisschen so spielen, wie man das gerne mal bei TNG-Folgen macht, wo man einfach so ganz explizit ein Genre in einer Folge mal komplett, und dann kriegt halt der Mando sein Western-Ding und dann hätte der Boba sein Mafia-Ding gekriegt, so, ja, dann, aber so hat man halt so einen Mischmasch aus beidem, und das hat am Anfang irgendwie so gar nicht, und dann später irgendwie dann schon, und dafür war es aber dann doch irgendwie so ein wieder billiger Abklatsch vom Paten, weil, ähm, auch wenn dann die Referenzen da waren, und das vom Schnitt her nochmal Stichwort Flashbacks, natürlich auch so war wie in der Part 2, aber das war halt da einfach alles, das hat der Scorsese einfach ein bisschen besser drauf, ja, als der Herr O'Neill ist, das muss man halt an der Stelle einfach ganz klar sagen, und, dann waren das mal so nett, dass da so ein paar Tropes drin waren, aber ich hab so diesen ganzen Pike-Kram mit den Pikes gar nicht so richtig verstanden, ich frag mich auch ehrlich, warum hat man da jetzt diese Pikes reingebracht, warum nimmt man nicht Crimson Dawn, die hätte man in Solo schon etabliert gehabt, ja, und wenn ich sowieso perspektivisch den Bogen noch zu Rebels schlagen will, über Obi-Wan und Ahsoka, um dann sowieso beim Thrawn rauszukommen, dann komm ich auch bei, nochmal bei Darth Maul raus, den hätt ich dann also da, also wenn ich schon das große Cinematic Star Wars Universe aufbaue, dann hätt ich jetzt nicht noch die Pikes reingebracht, die wirklich nur, die kommen im Solo mal ganz kurz vor, aber im Grunde genommen, wenn die da nur kurz erwähnen, und das große Verbrecher-Syndikat ist eigentlich Crimson Dawn, dann hätt ich das genommen, aber, okay, gut. Ja, vielleicht sparen sie sich die Besseren für was Besseres auf. Ja. Also, von daher, wir haben jetzt gesichtslosen Fischköpfe gehabt, ist okay, in dem Sinne, die waren jetzt nicht der große Renner, ich meine, am Ende haben wir ja auch, den hätten sie vielleicht noch mehr als Gegenspieler aufbauen können, den Clone Wars-Typen mit den roten Augen, wie hieß er jetzt? Cat Bane, ja, das war natürlich auch völlig verschenkt, sparen wir uns Cat Bane noch mal, wir haben noch ein paar andere Charakter über den Weg, zumindest kurz, über Cat Bane wollen wir auch noch auf jeden Fall reden. Ja. Zumindest im Finale, muss ich sagen, also das Finale hat mir zu teilen richtig gut gefallen, weil es einfach auch episch inszeniert war. Ja. Allein dieser ganze Ritt auf dem Rancor, war schon ziemlich geil. Also, ich bin wirklich froh, also wie gesagt, lassen Sie mal ganz kurz so ein paar Cameos einfach mal kurz so durchgehen. Danny Trejo als Rancor-Master, war schon ein Knaller. Und ich bin wirklich froh, dass Sie das Rancor nicht vergessen haben. Ich hatte noch so ein bisschen die Sorge, dass Sie es vergessen, zumindest dafür. Und dann, und in dem Moment, als es dann kam, habe ich selber nicht dran gedacht. Weil ich eigentlich dachte, naja, jetzt hat er halt irgendwelche anderen Tusken-Tribes oder so rekrutiert oder keine Ahnung was. Also an das Rancor hatte ich in dem Moment auch nicht mehr gedacht. Das war natürlich dann klasse. Und dann legt es auch so ein bisschen die Brücke zu diesem Holiday-Special, wo man ja den Boba der Cartoons nämlich auch auf so einem, also kein Rancor, aber irgendwas anderem reiten sieht. Das war dann schon sehr nett gemacht. Ansonsten, ich meine, Ming-Na-Wang, Fennec-Shen, kann sie bitte eine eigene, statt der Cara Dune-Serie, können wir bitte dann eine mit ihr haben? Sie hat jetzt auch nicht mehr viel, nicht mehr Screentime als beim Mandalorian gefühlt. Genau. Und weißt du, was sie ist? Sie ist praktisch das, was Boba Fett so in der Original-Trilogie war, ist jetzt so Fettig-Shenk im Kunde genommen, so die, die wenig sagt und den Job einfach durchzieht. Ja? Ja. Klasse. Ja, und also von daher bitte hier Ming-Na-Wang. Aber sie ist halt keine Anführerin, das ist die Sache. Sie ist keine Boss-Figur, sie ist die Ausführende. Und das möchte sie auch, glaube ich, so bleiben. Und Boba Fett ist halt, glaube ich, auch nur ein Ausführende, ist halt auch kein Boss. Ich glaube, da hat man den falschen Charakter zum Boss gemacht. Und wenn man ihn zum Boss macht, dann zum Boss wie der Villain, so wie den Jaren, der jetzt halt dummerweise diesen Darksaber hat, das wäre alles irgendwie so einen Ticken besser gewesen. Aber gut, okay. Also die Idee mit dem Rancor, fand ich wirklich schön. Das war auch gut gemacht und so. Und dann auch das so zu erklären, dass das Erste, was er sieht, darauf wird er halt dann geprägt und so. Okay, kann man so machen. War wirklich eine coole Sache. Über diese Mod-Motorrad-Ging hatten wir schon gesprochen. Das war jetzt, ja, wie gesagt, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Asuka Tano, brauchen wir nicht weiter drüber reden. Cop Vans, ja, okay. Ich weiß halt nicht, warum, also was haben die mit dem noch vor, dass die Post-Credit-Scenen, die halt ein bisschen albern, also die halt, naja, das war jetzt halt keine Post-Credit-Scenen. Dann sieht man die noch halt im Bagdad-Tank und er kriegt jetzt auch nochmal irgendwelche Mods. Okay. Ja, vielleicht ist er wirklich der Ersatz für Cara Dune in dem Rangers-Finale so ungefähr. Vielleicht irgendwie sowas. Ansonsten natürlich, ähm, wer, äh, von wem man mehr sehen möchte, ähm, ist eigentlich hier der, der, der Christen oder dieser, dieser Wookie. Mhm. Schön mal andere Wookies auch mal so ein bisschen in Action zu sehen. Der war zwar etwas Inkonsistenz, was seine physischen Kräfte angeht, also mal humpelt er, dann wird er angeschossen, dann checkt er dann wieder weg, dann ist er also, hm, okay, ähm, aber gut, okay, aber das war ja mal schön, mal so einen anderen Wookie zu sehen, der auch mal ein bisschen was kann. Also das war, aber ich hab, ich hab ich gerne, gerne mal angeschaut. Dazu muss ich ja sagen, und das fand ich jetzt an, an Jedi Fallen Order so wunderbar und auch an der, ähm, Thrawn-Trilogie, die ich mit durchgehört habe. Ich glaub, das wär einer der Planeten, wo ich mal wirklich Lust hätte, vorbeizuschauen auf Kashyyyk, der Heimatwelt, äh, der Wookies. Weil, die find ich wirklich imposant. Und da können sie, da können sie gerne irgendwie mal einen Abstecher hin, äh, machen jetzt, wo sie noch einen zweiten Wookie, äh, dabei haben. Also das wär wirklich cool zu sehen, diese epische Welt mit den riesigen Bäumen, durch die sie durchschwingen. Äh, das find ich ein ziemlich geiles Konzept. Ja, guck dir das Holiday Special an. Da merkst du Lumpy kennen, ja, Chupackas Sohn, ja, und seine Frau, keine Ahnung, hab den Namen vergessen, Esmeralda, das hatten wir mal in einem, in einem Nerd Quiz hatten wir das mal, wie heißt der, der Opa, der Sohn, und die Frau von, von Chupacca. Ja, ich hab den Namen jetzt gerade vergessen, aber sie ist irgendwie, keine Ahnung, ich glaub, der Sohn heißt wirklich Lumpy. Ähm, zumindest wird er so gecredited. Ähm, ja, ansonsten ein paar nette Nebenrollen, wie gesagt, Amy Sedaris haben wir schon gesagt, dann hatten wir noch diesen, wie fandst du diesen, diesen, äh, diesen Maior Domus, also diesen, diesen, diesen Twi'lek Berater, der war so ein Tick nervig, ganz knapp davor, ganz knapp davor, der hat für mich so, ja, weiß ich nicht, der war halt mit, zusammen mit Amy Sedaris, also der zweite Comic-Charakter und dann war es einer zu viel. Ich meine, es, es ging, man hat ja nicht zu viel von mir mitbekommen, es ist halt, es gehört einfach zu Star Wars dazu, dass man auch so ein, zwischendurch diese albernen Charaktere da drin hat, ist okay. Ja. Hat mich jetzt nicht so genervt. Na, gut, es war jetzt auch nicht super nervig, es war nur so okay, viel mehr brauch ich jetzt von dem auch nicht. Tja, und dann haben wir, und jetzt können wir, glaube ich, so ein bisschen aus, aus Finale einbiegen, dann haben wir dann noch ein Cameo von einem Charakter, der halt wirklich auch deplatziert und verschenkt ist. Denn, ähm, Cat Bane ist, du hast ja jetzt Clone Wars und den ganzen Animationskram jetzt nicht so geguckt, ist schon der Hauptantagonist neben dem Imperium in, ähm, Bad Batch, in Clone Wars, Rebels, weiß ich gerade nicht mehr so genau, ob der auch ein Cameo in Rebels hat, aber wenn der nur ein kleines, aber in Bad Batch, und in, ähm, Clone Wars ist er schon der Hauptgegenspieler und, äh, was auf Bounty Hunter Seite angeht, und da war der jetzt schon von seinen Skills her zwar hier gut dargestellt, aber das wäre jetzt jemand gewesen, der hätte als Antagonist für die ganze Serie getaugt und nicht für die letzten zehn Minuten. Ja. Und, da kommt halt auch noch dazu, wenn du den Animationskram halt nicht kennst, ja, dann fragst du dich halt auch, okay, wer ist das jetzt? Also, dann wird dir praktisch die ganze Bedeutung schwerer überhaupt nicht bewusst. Ja, aber das hast du ja, vor allem in der zweiten Staffel Mando, schon ganz oft gehasst mit Bo-Katan und Asuka Tano und so. Ich meine, uns sind sie einigermaßen klar im Blick, aber so ein Cat Bane zum Beispiel, hatte ich auch nix, nix mit. Da habe ich dann wieder meinen Spaß, ein bisschen Wikipedia durchzulesen, ganz zu gucken. Aber dann sag mir doch mal, wie du jetzt auf den Cat Bane reagiert hast, als der da kam. Also, wenn du den nicht kanntest oder nur vom, hast du den Weg schon mal gesehen? Nee. Nee. Okay. Okay. Ich fand ihn einen ganz coolen Charakter. Also, er wurde halt super eingeführt, halt wie typische Western-Klischees, wie er seinen Hut hochzieht und so in der Richtung. Das hat schon Spaß gemacht. Dafür ist er halt mal wieder ziemlich schnell besiegt worden am Ende. Das fand ich sehr schade. Ich hätte Potenzial in ihm, gesehen, aber das Potenzial wurde ja scheinbar schon in anderen Serien ausgeschöpft. Aber es war für mich ein netter Charakter, der aber leider nicht die Screentime bekommen hat, die er vielleicht verdient hätte. Ja. Auch da ist es wohl so, dass wenn man genau hinguckt, ja, dann blinkt da was an seinem Hemd und vielleicht, also vielleicht sehen wir ihn nochmal. Ja, muss ja jetzt nicht komplett tot sein, aber okay. Es gibt eine kleine Vorgeschichte zwischen, und das ist ehrlich gesagt was, das ist Insiderwissen für, da muss man schon ein bisschen drin sein. Es gibt ja von Clone Wars Lost Episodes, die nur als Mock-Ups existieren. Und in einer Clone Wars, in einem Story-Arc wird Jungbober, ja, mal von Cat Bane eine Weile, ja, ich sag mal, so ein bisschen entführt, und dann lernt er so ein bisschen das Bounty-Hunter-Handwerk, bevor sich die Wege wieder trennen. Kurzfassung. Dann gibt es diese Lost Episodes, wo es ein, schon mal ein Duell zwischen Cat Bane und dem jungen Boba Fett gibt. Nämlich das Duell, wo man dann praktisch die Delle in Boba Fetts Helm damit mal erklären wollte. Das gibt es aber nur als rudimentäres Mock-Up. Mehr nicht. Oder Filmatic, wie heißt das, wenn das so ganz einfach animiert ist und fast keine Texturen hat, da gibt es so einen Namen. Filmatic. Cinematic, genau. Und darauf wird halt hier heftig angespielt, aber das musst du halt im Grunde genommen über die Extras überhaupt mal wissen. Weil so kann man schon davor sitzen, woher kennen die sich jetzt und was soll das jetzt? Okay, gut, die kennen sich halt von früher, aber so war das natürlich noch mal ein kleiner Insider an dieser Stelle. Ja, aber du hast es ja gerade schon gesagt, das hätte man doch wunderbar nehmen können als Stoff, um die Flashbacks anzureichern, um ihn auch immer mal wieder auftauchen zu lassen in so mysteriösen Szenen, wo er dann auf Tatooine da und da ist. Das wäre doch der perfekte Bösewicht und Gegenspieler gewesen, wie du es gerade gesagt hast. Und ja, übrigens, Limex sagt, kann Klonboss nur empfehlen, wird von Staffel zu Staffel besser. Aber jetzt mal da durchzukommen, ist die Frage. Also ich habe es angefangen, aber bin echt nicht weitergekommen. Also ich gebe euch jetzt die ultimative Anleitung zum Gucken von Clone Wars. Es gibt einfach sämtliche Droidenfolgen, also alle, komplett alle. Schaut im Grunde genommen, die letzte Staffel kannst du komplett gucken, bis auf zwei, drei Folgen. Also Clone Wars funktioniert immer in Dreier. Das sind immer, ich habe das schon mal gesagt, es sind immer drei Episoden, die eine kleine Story geben, Hauptstory geben und manchmal gibt es so ein Overall-Story-Ark über alles. Aber in diesen drei kleinen Episoden passiert nie so viel, dass dir jetzt was komplett durch die Lappen geht, wenn du das nicht gesehen hast. Es gibt auf jeden Fall sämtliche Droiden-Episoden, Droids-Only-Episoden. Das ist Kinderkacke. Das ist auch albern. Eigentlich alle Anakin-Folgen kann ich das auch fast skippen, weil es ist meistens nur irgendein Random-Planet, wo sie halt wieder gegen irgendwelche Separatisten kämpfen und das ist am Ende des Tages fast jedes Mal das Gleiche. Die Yoda-Folgen sind gut. Die Mando-Folgen sind gut. Und dann kann man noch ein paar gucken mit Padme. Da gibt es auch noch mal ein paar ganz gute. Und das ist praktisch so, wie man die ersten fünf Staffeln gucken kann. Also praktisch so ist es, so eine Droiden-Folge, zack, kannst gleich drei Folgen überspringen, guckst dir die nächsten drei an. Dann gibt es noch ein paar Folgen rund um das Imperium, die ganz gut sind, um Tarkin und so, das kann man gucken. Aber im Grunde genommen ist eigentlich das Essentielle, da wo es rum geht und wo man dann auch vorher gar nichts gesehen haben muss, sind die letzten anderthalb Staffeln. Die letzte komplett und die letzte Hälfte der vorletzten. Die kannst du wirklich gucken. Die ist wirklich richtig, teilweise echt richtig gutes Star Wars. Richtig gutes Star Wars. Und das Gleiche gilt auch, habe ich auch schon mal gesagt, für Rebels. Da kannst du auch die letzten drei, vier Folgen gucken. Die sind auch richtig gut. Den Rest kannst du aber ganz knicken. Brauchst du nicht gucken. Da haben wir halt unseren Gegenspieler, der jetzt auftaucht, andeutet, dass die eine Vergangenheit hatten und drauf geht. Ja. Ja, dann haben wir also dieses epische Finale mit den, mit diesen, was auch wirklich, also ganz ehrlich, es war auch, es war auch, das war schon bombastisch inszeniert. Also auch mit diesen großen Druidikars oder mit diesen Riesenversionen der Druidikars, wo die da wirklich mit zu kämpfen hatten und so. Und auch wenn die dann vielleicht am Ende ein bisschen, okay, wie jetzt funktioniert, jetzt diese Schilde, ist furchtbar. Also ganz echt. Aber das hat wirklich, das war mal eine Bedrohung. Und da hätte ich auch durchaus noch mit gerechnet, dass vielleicht der ein oder andere doch noch hops geht. Da hat man sich ja dann komischerweise erstaunlich zurückgehalten. Naja. Ich, ich hab die ganze Zeit, aber ich hab die nur einmal gesehen, die Folge. Ich hab mich gefragt, haben die nicht einen Druidiker vergessen? Irgendwie kam mir das vor, als hätten die zwei platt gemacht, aber es waren drei da gewesen. Es waren nur zwei. Es waren nur zwei. Es waren nur zwei, okay, alles klar. Und das war wirklich, das war mal, war mal ein ernsthafter Gegner. Klar kannst du dich fragen, wo waren die Dinger schon vorher, etc. und so weiter und so weiter. Aber im Grunde genommen, das war wirklich mal so ein ernsthafter Gegner und dass man dann noch mal so dieses Darksaber reinbringt und dann die Geschichte mit dem Rancor. Und das war, ich fand's, wenn ich was zu aussetzen hätte, dass es vielleicht sogar ein Ticken zu lang war. Vielleicht ein Ticken zu lang. Aber okay, alles gut. Hätte man auch einen Zweiteiler draus machen können, so wie wir es bei Mando gemacht haben. Ja, und es war halt auch noch mal, wie bei Mando im Grunde genommen, die gleiche Situation noch mal. Also die waren dann wieder verschanzt irgendwo drin und draußen standen halt die Badguys. Ja, okay. Man hat's ja dann ein bisschen anders gespielt, indem er den Kampf dann über die ganze Stadt verteilt hat. Aber wie gesagt, aber das ist halt, du bist halt jetzt in diesem blöden Western-Setting im Grunde genommen verhaftet und das ist halt ehrlich gesagt alles ein bisschen, hm, ja. Limbeck schreibt, man hätte auch zum Palast joggen können, die Slave I holen und alles platt machen können. Ja, der hätte Fahrradkettis. Klar. Von daher fand er aber die Geschichte mit dem Ranker eigentlich ganz... Ja, da hab ich mich eigentlich gefragt, eigentlich hätten doch Grogu und R2-D2 auftauchen können in dem neuen Fighter und die platt machen von der Luft aus. Damit hab ich die ganze Zeit gerechnet, dass Grogu jetzt um die Ecke kommt und da rumfliegt und da peng, peng macht und alle froh sind. Ja, beziehungsweise ich hatte eigentlich ehrlich gesagt drauf gesetzt, dass halt Ahsoka und Luke dann doch noch eingreifen am Ende. Also auf die hatte ich eigentlich schon so ein bisschen, dann hättest du zwar die Pikes einfach verdreifachen müssen, damit's wieder halbwegs, halbwegs spannend wird, aber ja, okay. Alles gut, sei's drum. Irgendjemand hatte vorher im Chat noch geschrieben, dass vielleicht auch die Hutten als Gegner interessant gewesen wären. Ja, als diese Pikes. Die wären halt auch schon eingeführter und etablierter gewesen. Ich fand das auch ganz nett, dass man die da so ein- und dabei dann sagen die, ach so, ja, ja gut, also wenn du nicht, ja gut, ja, dann sind wir wieder weg. Und dann hab ich auch so gedacht, okay, was seid denn ihr für Pisser? So, hä, okay. Also wie gesagt, ich hätte an einigen Sachen das ein bisschen anders gemacht und hätte halt diese Pikes, Leute da gar nicht irgendwie reingebracht. Na gut, was bleibt jetzt von dem ganzen Gedönse, vom Book of Boba Fett? Was nehmen wir jetzt im Grunde genommen mit? Zwei wichtige Lore-Folgen rund um Mandalorian und eine Geschichte, die sonst keiner gebraucht hat und dass Channing Fan halt ein Badass ist. Ja. Zwei wichtige Folgen plus die Szene, in der Grogu Din in die Arme springt. Ja, genau, ganz genau. Das heißt also, er bleibt jetzt dann da. Das heißt, das, was die Fans wollten, nämlich in der dritten Mando-Staffel, dass er wieder da ist, super. Okay. Ja, Verständlich. Ich glaube, ich hätte sie noch ein bisschen auseinander gelassen. Vor allen Dingen hätte ich sie Mando noch ein bisschen auseinander gelassen und Mando auf sich allein gestellt zu haben, um dann eine Herausforderung zu haben, aber haben sich jetzt für die den Weg entschieden. Also, gut. Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich bleib halt dabei. Ich hab vorher gesagt, die Story hätte keiner gebraucht. Ich bleib jetzt dabei, die Story hätte keiner gebraucht. Das, was am Ende wirklich das Interessante und das Essentielle war, hätte es als zwei Specials völlig getan. Ich will mal die Fans einfach im Sommer mal eine Freude gemacht und einfach ungeplant so ein Ding rausgehauen oder unangekündigt so ein Ding rausgehauen. Hätte es vielleicht noch ein paar Disney-Plus-Abos verkaufen können. Als Stinger für Obi-Wan. Ja, genau, irgendwie so als Stinger für Obi-Wan. Okay. Gut, es sei drum, ich beschwere mich ja nicht, wenn es Star Wars gibt und es war jetzt auch Weißgott kein, also, es war auch jetzt Weißgott kein Schrott. Also, das muss man jetzt halt auch sagen. Es war jetzt kein Schrott. Aber, man hätte halt doch um einiges besser oder kürzer machen können oder einen Spielfilm draus oder irgendwas, aber so war es halt, ja. 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 Man hat sich schon jetzt nicht gerade durchgequält wie bei The Bad Batch. Das war wirklich durchgequält, einfach nur, weil ich es halt, weil ich die Hoffnung hatte, dass irgendwo eine kleine Szene kommt, die halt dann so ähnlich wichtig ist wie irgendwas anderes. Die kann man dann im Grunde genommen nie. Da kommt vielleicht nochmal irgendwas mit diesem Omega-Kind, aber wenn ja Kinder mitspielen, dann, ah. Es war so, es war so ein bisschen wie der Solo-Film. Hätte es nicht gebraucht, aber kann man sich mal angucken. Genau, kann man sich mal angucken, aber hätte es auch nicht gebraucht. Ich finde den Solo-Film ja immer noch gar nicht so schlimm, wie andere den gucken, aber okay. Ja, ich würde mal sagen, dann war es das für heute für der Boba Fett. Also an der Stelle nochmal, wir wollten es eigentlich wirklich besprechen, wie wir es immer besprechen, alle zwei Folgen, aber hat halt jetzt einfach mal nicht sollen sein. Nehmt mit, dass es uns noch gibt, dass wir weitermachen und regelmäßig auf Sendung gehen und auch regelmäßig streamen werden, aber vielleicht ein bisschen weniger als vorher und mehr so, mehr plaudern werden und weniger formal das Ganze einhalten. Aber wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal einen Däumelein nach oben da. Wenn ihr immer uns fragt, wie könnt ihr euch denn unterstützen? Das ist eigentlich total einfach. Ihr dürft uns natürlich eure Geldbündel in kleinen, nicht markierten Scheinen schicken. Das geht natürlich jederzeit, aber ansonsten hilft es uns wirklich ganz einfach, wenn ihr Reviews da lasst. Das könnt ihr jetzt übrigens auch bei Spotify tun. Ihr könnt bei Spotify jetzt auch jeden Feed, sofern ihr ein paar Folgen ein bisschen reingehört habt, bewerten, nichts schreiben, sondern nur Sterne geben. Aber da freuen wir uns natürlich auch, wenn man da uns bewertet. Das macht immer Spaß. Dann könnt ihr auf Podcast Addict schreiben und natürlich auch auf iTunes. Da könnt ihr uns auch immer Bewertungen da lassen. Das freut uns auf jeden Fall. Im Chat wird schon gefragt, wann geht es weiter mit The Walking Dead und Andi vom Discovery Panel. Ja, ich weiß gar nicht, wann The Walking Dead weitergeht demnächst. Wir werden dann auch hier im 14-Tages-Rhythmus bleiben. Ob wir es streamen, weiß ich nicht, aber es kommt auf jeden Fall als Podcast raus. Wir werden dann in der ersten Folge über die zweite Staffel von World Beyond auch gleich mitreden. Da hat sich der Andi nämlich so richtig durchgequält. Das war im Grunde genommen genauso ähnlich. Das war auch ein ganz großer Stinker, aber du hast halt immer so ein bisschen gehofft, dass irgendwann mal so die eine Szene kommt, auf die du sagst, aha, okay, und dafür hat es sich gelohnt. Ob es die Szene gab, erfahrt ihr dann bei Dead Nerds Talking mit dem Andi vom Discovery Panel. Nächsten Montag, Dienstag? Montag, genau. Nächsten Montag 20.30 sind wir dann wieder hier mit den Track Nerds, wenn wir zwei Folgen von Discovery besprechen. Und hast du die Folge schon gesehen, die Folge 8? Hm. Hm, genau. Aha, genau. Und mal gucken, was für ein Hm bei Folge 9 rauskommt. Und dann sehen wir auf jeden Fall uns nächsten Montag an dieser Stelle. Ansonsten gibt es auch noch ein paar Film Reviews. Ich war in Uncharted. Gehst du auch bald rein, hoffe ich? Nee, tue ich mir im Streaming an. Okay. Dann mal gucken, wie wir das bequatschen werden. Moonfall? Ich glaube, ich würde den gerne im Kino sehen. Ich weiß aber nicht, ob ich die Chance dazu bekomme. Sag mal mal, warst du in der PV? Gab es schon in der PV? Es gab einen, aber ich war nicht. Ja, ich mag ja Roland Emmerich-Filme, solche Katastrophenfilme. Die sind so ein bisschen mein Guilty Pleasure. Von daher. Was aber demnächst noch kommen wird, da müssen wir uns noch ein bisschen vorbereiten. Demnächst gibt es mal wieder ein Quiz bald. Und da haben wir nämlich auch tolle Gewinne für euch. Ja. Da gehen wir dann demnächst drauf ein. Einen kündigen wir noch an. Aber wir haben eine wunderbare Kooperation, ein wunderbares Thema, wo ihr euch drauf freuen könnt. Und die Preise sind nämlich richtig geil. Dipp, 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 nicht ganz, aber so ähnlich. Und, ähm, ein kleiner Hinweis, aber nicht ganz. Dann, was haben wir denn noch? Ach so, ja, wir wollten doch dann irgendwann mal anfangen. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass wir nichts ankündigen, was wir nicht haben. Also ich würde jetzt dann doch ganz gerne mal so langsam anfangen mit unseren, äh, Nerds. Herr der Ringe. Genau, Herr der Ringe. Ring of the Nerds. Wobei ich glaube, wir sollten diese im Rahmen von Game of Nerds, dann machen wir, lass uns doch den Game of Nerds Feed so als Fantasy Feed machen. Da machen wir also die neue Game of Thrones Serie rein. Und da machen wir auch die Herr der Ringe Serie rein. Ähm, das ist ein schöner etablierter Feed. Der hat auf Spotify schon seine, keine Ahnung, zwei, drei tausend Abonnenten. Dann lass uns den doch einfach benutzen. Und da wollten wir ja mal alle Herr der Ringe Folge, äh, Filme noch mal gucken. Jo. Machen wir das denn jetzt? Machen wir. Ja, klar. Machen wir. Also Herr der Ringe zumindest. Hobbit. Schauen wir mal. Ja, Gell Kujer, ich will auch mal den Hobbit, ich hab extra mir alle Extended-Versionen vom Hobbit geholt. Jetzt will ich die auch noch mal gucken. Boah, ich hab von Teil 3 noch nicht die Extended gesehen. Ich hab sie hier in einer geilen Box, aber ich hab sie nie gesehen. Also, das sollten wir machen. Dann lass uns in den chronologischer Reihenfolge gucken. Also wir fangen mit den Hobbits an und dann gucken wir mal eben die Dinger durch. Dann werden wir die ein bisschen bequatschen. Ich glaub, das wird spaßig, weil, ihr müsst nämlich wissen, der Michael ist schon ganz heiß als sozusagen fleischgewordene Silmarillion auf die Herr der Ringe Serie bei Amazon im Herbst, ne? Jo. Okay, also machen wir so einen kleinen Countdown mit den sechs Filmen, bis wir dann im Herbst über diese Serie reden. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen. Natürlich kommen die Jadda-Nerds auch wieder für, haben wir gerade eben schon gesagt, für die Obi-Wan-Geschichte. Es müsste doch dann eigentlich auch bei den Hero-Nerds weitergehen mit Moon Knight. Moon Knight, ja. Wir schauen mal, wir wollten ja ein bisschen leiser treten, was das angeht. Wir werden vielleicht nicht bei allen immer die alle zwei Episoden sprechen, sondern vielleicht mal eine Staffel und so. Und es wird auch nicht alles gestreamt werden. Wir wollen dich ja nicht nochmal ins Krankenhaus bringen. Genau, es wird auch nicht alles gestreamt werden, aber darüber reden wollen wir auf jeden Fall schon. Und jetzt dauert auch dieses Outro schon wieder viel, viel länger, als ich es eigentlich geplant habe. Und wir haben jetzt schon wieder halb elf. Ich bin noch müde vom Superbowl. Michael, vielen Dank, dass du dabei warst. Lieber Chat, vielen Dank, dass ihr dabei wart, obwohl wir jetzt eine ganze Weile nicht da waren. Das freut uns immer sehr. In diesem Sinne, denkt dran, schön ein Review da lassen. Und bis dann. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast Imperiums. Danke. 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 Vielen Dank.